Ach fuck, ich nehm für kleines Geld. Unsere Lieblingsfilme unter einer Million Budget. Es ist jetzt 22.38 Uhr. So, das hat er hier erwähnt. Es ist hier mal Ruhe. Ich bin der Älteste, jetzt halte der Mann Sappel. Also ich hab hier nichts gegen deine Meinung, aber ich habe die leichte Befürchtung, dass wir vielleicht jetzt uns an die Haare gehen. Ich hab hier eine kleine Lanze, die würde ich gerne mal kurz brechen, wenn ich darf. Bitte, brich sie. Ich spüre da richtig Aggression. Mars ist so lecker. Drei, zwei, eins. Soll ich passen. Mast rein. Gut. Ja. Klang so ein bisschen wie Musik machen im Heim. Genau. Bisschen beim Telehorst. Beim Telehorst. Der Name war eigentlich Rolf Zukowski und seine Freunde, aber der war da schon geschützt. Ja, da haben wir jetzt auch seit zwei Jahren den Rechtsstreit mit Rolf Zukowski beendet. Und herzlich willkommen zur neuen Folge 15 des besten Podcasts der Welt. Ja, das ist heute Folge 15. Und deswegen haben wir heute auch ein ganz, ganz spezielles Geschenk für euch in der Kiste. Aber jetzt erst mal die zwei, die mir immer beiseite stehen, nämlich die beiden anderen. Stu und Andi. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja. Und was haben wir denn heute für ein Potpourri an Glückseligkeit für die Zuhörer? Also wenn ich das sagen darf, wir haben heute ein pickepackevolles Superprogramm. Wir haben nicht nur Filme mit B im Übermaß, wir haben noch etwas ganz Besonderes. Ja, und ja, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Besondere jetzt einsteigen. Ich hätte da vielleicht jemanden in der Leitung, der uns mal was vorliest. Auftritt Mo. Ja, stimmt. Hört meine Worte und bezeugt meinen Eid. Die Nacht zieht auf und der Telehorst beginnt. Er soll nicht enden vor meinem Tod. Ich will mir keine anderen Podcast-Formate anhören. Ich will unzählige Filme bingen und meine unqualifizierte Meinung dazu ins Netz blasen. Ich will vor der Glotze leben und sterben. Ich bin die Stimme, die die Reiche der Menschen vor schlechten Filmen schützt. Ich widme mein Leben und meine Ehre dem Telehorst. In dieser Folge und in allen Folgen, die kommen. Applaus Danke, danke sehr. Vorhang. Applaus. Vorhang. Szene. Hallo Mo. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen als erster Gast hier bei uns. Verschlägt dich ins beschauliche Internet. Ich habe Gänsehaut, Jungs. Was machst du da? Ich habe Gänsehaut. Ach, schade. Wir hätten die Kameras anmachen sollen. Besser Gänsehaut als Gänseleber. Das habe ich dabei, ja. Ja. Mensch, kennt man dich aus dem Telestammtisch. Schon seit einigen Wochen haust du eine Besprechung nach der anderen raus. Und da ich kein Freund von Vorstellungen bin, lasse ich das bei dir jetzt auch bleiben. Und würde sagen, du verdienst dir deine Meriten jetzt hier einfach durch eine gute Vorstellung, ne? Ja, ja. Ich bin pickepacke voll mit Informationen, mit Witzen, mit Rezepten, wenn gar nichts anderes mehr reicht. Mo, hast du den Telehorst aufmerksam verfolgt, die letzten Folgen? Tatsächlich habe ich das, ja. Kannst du dann einige Fragen zu Western beantworten? Nein, Schwann. Ne, Quatsch. Was, zu Western? Du wolltest mich abfragen. Ich wollte jetzt den Mo testen, ob er als Telehorst-Mitglied geeignet ist. Ob er auch wirklich alle Folgen bisher aufmerksam gehört hat. Deswegen muss er uns sagen, wer der Regisseur und der Hauptdarsteller von Stagecoach ist. Glaubst du, ehrlich gesagt, dass ich das noch weiß? Habt ihr alle meine Referaten gehört? Doch. Wir erinnern uns. Schon durchgefallen. Naja, war schön mit euch. Die dunklen Zeiten. Nein. Wir geben dir noch eine Chance. Wir haben wie immer ein Thema und bei diesem Thema gibt es heute vier Filme, weil wir sind ja auch vier Personen. Mo hat einen coolen Film mitgebracht, ich habe einen coolen Film mitgebracht, Stu hat einen coolen Film mitgebracht und Andi hat Bad Taste. Das ist aber sehr subjektiv. Ich habe mich schon gefragt, wer den gepickt hat. Ja, nee, Thema war ist, ich weiß nicht, ob Andi das dann im Intro dann auch irgendwie reinbringt, aber für kleines Geld Filme unter einer Million Budget. Lauter B-Movies mit B, gell? Ja, und das sind komischerweise wirklich lauter Movies mit B, wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass es B-Movies sind, oder? Nein, also, okay, also Bad Taste ist ein E-F-G-Movie, würde ich sagen. Ich würde sagen, der läuft halt nur durch S-Movie, wie Studentenfilm. Ja, ja, doch. Wieso, ich dachte, das B steht für billig. Und die waren ja alle billig. B steht eigentlich immer für die, ja gut. Oder Budget. Bei Bronson steht das B für Bier, ist ja klar. Und für Benis. Genau. Bombardy Spirill, Mann. Dann haben wir jetzt schon zwei genannt. Bronson, Bad Taste, was haben wir noch auf der Kante? Also, ich habe den Debütfilm von Rian Johnson mitgebracht. Den teuersten von unseren. Was? Es ist der teuerste von allen. Er hat eine halbe Million gekostet. Ja. Wir hätten für kleines Geld nehmen können, Filme unter eine halbe Million. Unter einer halben Million. Ja. Ich dachte, den Restbetrag bekommen wir ausgezahlt. Nein, 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 nein. Dann bin ich aber jetzt reich. Danke. Nein, ich habe die wunderschönen Filme Brick mitgebracht. Ein Geheimtipp. Und was hat der Mo mitgebracht? Keinen Geheimtipp. Nee, also meins ist ganz sicher kein Geheimtipp. Ich war im Wald und habe die Blair Witch mitgebracht. Die 99er Blair Witch. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz lustig, weil damit hast du mir meinen ursprünglichen Pick schon weggenommen, war aber ganz froh drum, dass ich mich da nochmal umschauen musste. Weil, wie gesagt, ich kam auch bei dem Thema als erstes irgendwie auf Blair Witch, weil der ist halt bekannt dafür, billig zu sein, also billig gewesen zu sein. Deswegen hatte ich den als erstes auch genannt. Und dann war ich froh, dass du ihn genommen hast, dass ich mich dann nochmal umschauen konnte. Ja, da waren wir alle sehr froh drum. Ich hätte als zweites, hätte ich sonst Paranormal Aktivität, aber das war wegen dem B, Paranormal klingt halt scheiße. Nee. Es ist, das sind jetzt beides Filme, die hätte ich beim Found Footage Horst dann verwendet. Also Folge 219. Warte, ich notiere mir das kurz. Bei dem Tempo, in dem ihr jetzt die Dinger rausbringt, mal kurz die Wurzel gezogen, hinten links, warte, ich habe mal einen Stift hier. Also treffen wir uns alle 2024 wieder, am Freitag, den 26. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe Zeit. Ja, helse ihr Filme. Andi darf heute den Film aussuchen. Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Im Angebot. Darf ich den Film aussuchen? Er darf das Thema aussuchen, oder? Ja. Wäre noch schön. Ganz ehrlich, Andi braucht manchmal gefühlt drei Jahre, um Seilfilme rauszusuchen. Jetzt stell ich vor, du musst auch unsere da raussuchen. Ja, dann werden wir mit 2024 aber für Folge 16. Ja, da kommen wir ganz am Schluss dazu. Jetzt machen wir erstmal. Ja, ja, ich will jetzt bloß hier, mein guter Moderator habe ich gelernt, seit ich jetzt in der VHS Moderationscoaching bin, dass du praktisch schon immer so ein bisschen Foreshadowing machst und ich meine, wenn ich die Leute schon nicht begrüßen kann und auch sonst Sprachprobleme habe, wenigstens das könntest du mir lassen. Mach das ruhig. Apropos Foreshadowing, mit was fangen wir an? Foreshadowing würde ja Brick. Nee, ich glaube, ich würde fast mit Bronsen beginnen. Lass uns alphabetisch vorhin. Nein. Ich hätte jetzt gesagt Budget aufsteigen oder absteigen. Ja, Budget aufsteigen. Nee, ich würde gerne Moe, natürlich, weil er Gast ist, als Letzten nehmen. Machen wir das. Und dann können wir meinetwegen davor mit dem Budget dann aufsteigen sein. Dann machen wir Bad Taste, Bronsen, Brick und Bräerwitsch. So habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Da muss ich ja anfangen. Ja, du darfst aber dafür am Ende das Thema aussuchen. Ja, das ist fair. Alles fair. So schließt sich das dann. Du fängst an, machst es schön und du hörst auf und machst es schön. Ja, Bad Taste, ich habe mich sehr gefreut. Max, das war deine Erstsichtung, gell? Das war meine Erstsichtung, ja. Du hast ja auch noch kurz gefragt, ob das ein Film ist, nachdem du den Trailer gesehen hast. Ja, ich wusste nicht, ob wir den als Film, ehrlich, es war eine ernste Frage, ob man den als Film gelten lässt oder ob das halt wirklich nur so eine Studentenarbeit von Roger Federer. Wie heißt das? Hey, ich habe heute, Ding, Peter, Peter Jackson. Peter Jackson. Wow. Genau, 87 kam der schon raus. Da war ich ein Jahr alt und habe mich sehr gefreut, dass der Film da rauskommt. Man merkt, dass der kurz nach Tschernobyl entstanden sein muss. Ich habe irgendwie vor längerer Zeit mal ein Interview auf YouTube gesehen. Der Film hat anscheinend, also wie viel hat er gekostet? Ich glaube sogar unter... 11.000. 11.000. Also es ist wirklich wenig. 1.000 mehr als Birdemic. Genau. Aber trotzdem ist er, auch wenn er jetzt nicht nur auf freudige Gesichter stößt, hier in der Runde vielleicht, ist er trotzdem ein bemerkenswerter Film, sage ich mal. Also immerhin ist es ja das Regie-Debüt von einem Dude, den man jetzt mittlerweile in Hollywood kennt mit über 100 Millionen Filmen und so einem Bullshit. Und da kommen wir später noch drauf, wie er es wohl geschafft hat, sich diesen Franchises anzunehmen. Das ist eine Frage, die ich mir immer noch stelle, weil ich habe zwei, drei Filme von dem, die Übergangsfilme nicht gesehen. Aber egal, in dem Interview heißt es anscheinend, dass der Film vier Jahre oder fünf Jahre gedauert hat, fertigzustellen. Und diese Produktionsgeschichte ist sehr witzig, weil es halt alles so Kumpels waren von ihm. Sieht man ja auch im Abspann irgendwie, dass die Leute, die da mitspielen, teilweise auch den Tonschnitt, die Musik gemacht haben und so. Das war halt so, wie du schon gesagt hast, so ein typisches Kumpel-Studenten-Filmprojekt irgendwie. Sehr gut. Und dieser eine Typ, der auch an so einer Nebendarstelle, der diesen oberhässlichen Bart hat, der hat nämlich Pech gehabt, weil der hat nämlich am ersten Drehtag diesen hässlichen Bart gehabt und dann musste er über vier Jahre diesen scheiß Bart haben, obwohl er den nie getragen hat, nur bei diesem Film. Auch dadurch, dass es so lange gedauert hat, musste er immer zu den Dreharbeiten mit diesem hässlichen Bart wieder ankommen. Aber zum Thema Bart, was ja ganz kurios ist, der Peter Jackson spielt ja auch mit. Der spielt ja einmal diesen Derek, der ist ja ohne Bart. Er spielt aber auch dieses Alien-Robert mit Bart. Also da sieht er so aus, wie wir ihn kennen. Und es gibt ja diese Szene, wo Derek Robert foltert, sag ich mal. Das finde ich total kurios. Das spricht er in dem Interview auch an, weil er hatte zuerst nicht vor, diesen Derek zu spielen. Er wollte eigentlich nur ein Cameo als Alien haben, aber dann haben sie irgendwie keinen mehr gefunden und so. Und dann musste er den auch spielen. Also wie sie das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Eine lustige Geschichte gibt es noch. Dieser Typ mit der Brille, der so ein bisschen aussieht wie in so einem schlechten Beastie Boys Video, der diese Zettel wieder einsammelt, der später in dem Kochtopf landet. Das war auch ein Kumpel von Peter Jackson, der hat am Anfang der Dreharbeiten mitgespielt. Dann hat er geheiratet, hat aber eine sehr religiöse Frau geheiratet, die ihm dann mehr oder weniger verboten hat, in diesem Film mitzuwirken. Dann hat er gesagt, okay, ich mache doch keine Hauptrolle. Dann hat Peter Jackson das komplette Skript umgeschrieben und hat den nur anfangs drin gehabt. Irgendwann, zwei Jahre später, haben die sich wieder scheiden lassen. Und dann hat dieser Typ gesagt, ich wäre jetzt doch wieder dabei. Und dann hat er diese ganze Szene mit dem Kochtopf und dass dieser Typ nochmal auftaucht, hat er dann wieder reingeschrieben, dass der Typ nochmal in dem Film vorkommt. Also dieses Interview ist grandios und dieses Entstehungsgeschehen von dem Film ist auch grandios. Zur Handlung brauche ich nicht viel sagen. Aliens landen auf der Erde. Es gibt so eine paranormale Division, die sich um so paranormale Sachen kümmert. Und halt so Aliens versuchen zu erforschen. Blablabla, irgendwann finden sie Aliens, die haben alle blaue Hemden an. Und später stellt sich noch raus, dass die Aliens auf der Erde sind, um die Menschheit als Fastfood-Zutat zu testen. Und diese vier, fünf tapferen, jungen Leute versuchen halt, das zu unterbinden. Kann man noch mehr zur Handlung sagen? Ich weiß es nicht. Dein ganzes Fachwissen, was die ganzen Gags angeht, das ist ja schon sensationell. Ja, ja, wie gesagt, ich habe dieses Interview noch irgendwie sehr präsent, weil ich habe den Film das letzte Mal vor bestimmt 15 Jahren gesehen. In einem Keller von meinem Nachbarn, da haben wir halt immer Splatterfilme geschaut. Also Braindead als erstes natürlich. Und dann musste man natürlich auch später irgendwann Bad Taste sehen, um diese ganzen Oldschool-Billow-Splatterfilme halt abzuhaken. Und ich muss sagen, ich fand damals hat Bad Taste natürlich gegen Braindead sehr abgestunken. Und Braindead, nur noch mal für euch planlose Hörer, ist natürlich auch von Peter Jackson. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Wir reden natürlich nur über die frei erhältlichen FSK-Fassungen der Filme. Es gibt übrigens Bad Taste auch, um sonst auf YouTube zu schauen. Das ist aber nicht die FSK-12-Fassung. Das ist mir auch scheißegal. Aber trotzdem, guter Tipp. Danke, Stu. Ich hatte den nämlich auch mal irgendwie auf VHS irgendwie halblegal überspielt und so. Und die YouTube-Fassung war qualitativ um einiges besser. Außerdem habe ich keinen VHS-Player mehr hier. Aber wie gesagt, das frühe Werk Peter Jacksons ist sehr interessant, muss ich sagen. Und als Debütfilm ist es schon faszinierend, fand ich. Was waren eure Gedanken? Ihr kennt den wahrscheinlich auch schon alle, bis auf den Max. Vielleicht, wie seid ihr darüber gestolpert? Das würde mich interessieren. Also ich habe den das erste Mal vor sechs, sieben Jahren geguckt. Das war halt der Peter Jackson-Film, der mir noch gefehlt hatte. Ich hatte da selbst seinen vergottenen Silber, so eine Art Mockumentary. Den hatte ich auch schon gesehen. Aber Bad Taste fehlte mir. Und ich wusste auch, was auf mich zukam. Und ich habe ein Herz für solche Studentenfilme, wenn die halt mit Leidenschaft und Esprit gemacht sind. Und ich finde, das merkt man hier, weil da so viele kleine, tolle Details sind. Man muss sich alleine mal vorstellen, dass die halt wirklich die Mündungsfeuer von den Pistolen und Verschienengewehr, einfach indem sie halt auf das Bildmaterial so draufgekratzt haben. Das ist halt sensationell. Und das gefällt mir. Ich kann verstehen, wenn man mit dieser Art von Film nichts anfangen kann, weil er ist einfach sehr absurd. Er ignoriert wirklich jeden Geschmack komplett. Aber ich finde, das ist ein Film, der hat das Herz am rechten Fleck. Mo, was ist mit deiner Geschichte mit dem Film? Ich weiß gar nicht genau, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Aber als der rausgekommen ist, war ich schon 15. Wie alt bist du denn bitte? Ich bin ein richtig alter Sack. Ja, ernsthaft. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe mich nur gewundert. Entschuldigung. Du hast deine junge Stimme. Du klingst so vital und jugendlich. Ja, ja, ja. Nee, ich habe früher ganz viel Oil of Olas getrunken und das hilft mir immer noch. Ich sage ja nochmal, wir sollten die Kameras anmachen, wenn ihr mich jetzt auch noch sehen würdet. Ihr werdet sofort reinverliebt. Aber das ist jetzt neither here nor there. Ich sehe deinen halben Rund. What the fudge? Ja, das ist aber ja, das ist ja nur ein Foto. Ich habe den Film irgendwann gesehen, wahrscheinlich irgendwann in den 90ern. Wir haben uns früher gerne getroffen und auch so, wie du es so schön gesagt hast, halb illegale Raubkopien von Filmen irgendwo geglotzt. Tanz der Teufel, die Klassiker, Braindead auch. Und dabei kam dann Bad Taste. Und damals wusste ich wirklich nicht, ist das hier ein Gag? Will mich hier einer verkohlen? Ich habe das nicht verstanden. Und da war das auch noch nicht so weit, dass das ein Kultfilm ist. Das ist ja erst Jahre später gekommen. Und Peter Jackson war absolut unbekannt. Und als er später andere Filme gemacht hat, hat das noch eine ganze Weile gedauert, bis ich diese Kette wieder zusammengeschlossen habe. Das ist der Vogel, der das gemacht hat. Ich habe den tatsächlich erst vor ein paar Monaten gesehen. Mehr oder weniger. Ich habe dabei gekocht und es lief auf dem Pad. Weil es absolut absurd ist. Und so schief. Erinnert mich immer Maßgeblich an so Meet the Feebles. Den musste ich früher öfter gucken. Ich hatte eine Freundin, die stand auf das Ding. Keine Ahnung, ob die mir hingefallen ist und deswegen. Ich weiß das nicht. Ihr geht es aber gut. Und ich kann das nur unterstreichen. Man kann den Film eigentlich nur gucken, weil das ist gaggig. Das kann man mal gucken. Oder weil man wirklich wissen will, wie hat der sich dahin, weißt du, wie hat der 17 Oscars gekriegt mit seinen anderen Filmen, wenn der sowas mal gemacht hat. Oder man knallt sich halt ordentlich einen rein und guckt das als Gag. Ja, Max, was waren deine Gedanken? Ja, meine Gedanken waren erstmal, okay, muss ich jetzt durch? Und ja, es ist jetzt kein Geheimnis. Ich bin ja hier ein bisschen so der Muffel und ich bin für solche Splatter-Geschichten nicht so sehr zu haben. Also ich mag dieses etwas alberne Slapstickige in Verbindung mit Blut und Gedärmen. Ja, jetzt nicht aus dem Gedärmfaktor wegen nicht so gern, sondern einfach, weil mir dann doch immer ein bisschen die Story fehlt bei sowas. Und vor allem bei Studentenfilmen weiß ich, ich meine, habe ich ja selber auch schon einige gemacht, die sind jetzt von der Qualität her nicht jetzt unbedingt das, mit dem man dann hausieren geht. Was ich aber halt bei Bad Taste, was man merkt, finde ich, und deswegen kriegt er von mir halt so einen kleinen Fleißstern. Man merkt, dass Peter Jackson eine Ahnung hat davon, wie er mit einer Kamera umzugehen hat oder wie er eine Sache ins Bild setzt. Denn auch wenn das Equipment unglaublich billig ist und das Bild auch super billig aussah, man hat halt trotzdem immer gemerkt, er hat sich Mühe gegeben, wie Kamerafahrten reinkommen und so weiter. Und die Bildkaterierung passt. Also von dem her, da könnte ich mich nicht drüber beschweren. Ich finde halt den Anfang relativ zäh, weil irgendwie ist es halt, ich finde das Finale sehr furios und am Anfang der Humor, man merkt von Anfang an, dass es halt alles nicht ernst ist und dass es nur als Gag angelegt ist. Wenn sie dann auch Witze über Neuseeland machen und einfach nur ultra billig und so. Allein schon diese Aliens. Also ja, wenn du ein blaues Hemd anhast, bist du halt ein Alien. Später auch noch, wo der Typ sich das blaue Hemd anzieht und sich dann in diese Alien-Meute reinschleichen kann. Großartig. Aber teilweise sind diese Statisten, die die Aliens spielen, halt auch so genial. Die bemühen sich ja gar nicht, irgendeinen alienhaften Gesichtsausdruck drauf zu haben. Ja gut, okay, aber wenn es dir halt davon ausgeht, dass es nur so ein Billow-Film ist und so ein Studenten-Teil. Ich glaube, die meisten wussten auch gar nicht so richtig genau, was sie machen sollten. Ja, genau. Und Aliens wissen wir ja, wenn die Aliens schon auf die Erde kommen, um uns Menschen zu essen, dann sind das nicht die schlauesten von allen. Nee. Vielleicht sollte das auch so sein? Was ich auch super fand gegen Ende, wo dann sie zu dieser Wohnung kommen und dann halt viel geballert wird und viele Leute dann, also Aliens auch aus den Bäumen fallen und so. Wie oft, also ich meine, das sind so kleine Easter Eggs oder kleine Details, wo du auch weißt, so von wegen, ey, das ist alles nur Bullshit. Weil wie oft der gleiche Typ erschossen wird und das Witzige ist, dass sie sich nicht mal bemüht haben, das zu vertuschen, das ist immer wieder der gleiche Statist, der erschossen wird. Sondern der Typ hat auch immer noch diese komische 3D-Brille auf, der da immer aus dem Baum fällt und später noch zweimal im Haus erschossen wird. Das ist immer dieser Typ mit diesen halblangen blonden Haaren, der immer diese 3D-Brille auf hat. Also das fand ich auch großartig. Also die haben sich da echt, wie gesagt, die haben ja so Sachen schon gestreut, die halt witzig sind. Ich habe ja eigentlich, Entschuldigung, bitte. Nee, ich habe ja eigentlich gedacht, dass du Evil Dead nimmst, ganz ehrlich, also so als Filmauswahl. Ich habe dich eher in die Ecke reingeschoben, dass du dann komplett auf die günstige Schiene gehst. Ah, der ist bestimmt teurer als Bad Taste, oder? Ich weiß es nicht. Nee, er wäre auf jeden Fall, glaube ich, in der ganzen Budgetkiste mit drin gewesen. Ja, da kenne ich mich nicht so aus, aber ich bin eher auf Bad Taste-Seite, weil ich finde den Film jetzt an sich halt, wie gesagt, durch diese ganze Entstehungsgeschichte und auch, was halt eben aus Peter Jackson geworden ist, finde ich den schon durchaus spannend. Und was der danach so gemacht hat und außerdem aus verschiedenen Gründen. Du? Ich wollte nochmal was zum Finale sagen. Als ich das heute nochmal geguckt habe, also den Film, das Finale erinnerte mich so ein bisschen an den Showdown von Phantomkommando mit Schwarzenegger. Nur halt eben wirklich in der 1,50 Euro Variante. Und ich fand das irgendwie sehr amüsant. Ich finde auch, das ist ein direkter Rip-Off. Ja, wahrscheinlich. Ich muss aber sagen, für dieses billige Budget, also ich meine, wie gesagt, das ist kein furioses Ding. Aber erstens ist die Mucke scheißgeil. Da kann man nichts sagen. Also wirklich, das ist der Hammer. Und da gibt es noch irgendwie ein paar Explosionen und Dings und so, wie das Haus abhebt. Und vor allem finde ich dieses Alien-Design großartig. Also die Szene mit dem... Die gebackenen Gesichtsmasken. Genau, genau die Gesichtsmasken. Was ich halt großartig finde... Ja, und diese rausquillenden Ärsche. Meine Lieblingsszene ist halt wirklich, wenn das Haus abhebt. Großartig. Wirklich großartig, weil da haben sie wirklich mit einfachsten Mitteln es geschafft, dass ich wirklich beeindruckt war. Ja. Natürlich sieht das nicht nach Inception aus, aber ich finde wirklich, dass man das... Also egal, wie man den Film findet, aber Respekt für diese Leistung. Weil man muss es auch erst mal schaffen, wirklich vier Jahre da am Ball zu bleiben. Mhm, klar. Was glaubt ihr, wie viele Leute sich sagen, komm, wir drehen jetzt einfach mal für 500 Mark oder Euro oder 1000, keine Ahnung, einen Film. Und dann nach drei Wochen merken, er scheiße ist. Macht nicht ganz so viel Spaß, wie wir dachten. Und dass er dann am Ball geblieben ist mit seiner Entourage, ich finde, das verdient schon eine Hochachtung. Ja, du hast ja auch ganz viele Szenen, die irgendwie auch... Also Klassiker würde ich jetzt auch nicht sagen, aber zum Beispiel, wo er sich dann da durch die Wand sägt oder auch wo er dann anfangs irgendwie durch diesen Typen durchschießt und so. Das haben sie in From Dusk Till Dawn so in die Richtung... Also es waren schon so viele Splatter-Szenen, die eventuell sogar daher kommen. Die sind so absurd und blöd halt einfach, aber die wurden, also ich meine, teilweise von ihm selber in Braindead nochmal rezitiert, aber auch andere Filme haben das teilweise ja auch übernommen. Also wo er sich von unten oder von oben durch diesen Typen durchsägt, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. In irgendeinem anderen Film. Aber es sind irgendwie schon schöne Szenen drin. Die Szene mit dem Schaf, die Szene mit dem Schaf. Der ganze Film ist ja nicht doof. Der hat ja schon, das ist ja so ein bisschen absurde Klugheit oder so richtig schräges Vorhersehen, sich selber später zu rezitieren und wahrscheinlich auch zu erwarten, dass andere Leute ihn nachmachen. Also ich glaube schon, dass der wusste, wenn ich das ja richtig einstelle und ich streue die richtigen Gags und ich mache es richtig echt eklig an einigen Stellen, dass sich das dann durch die Colleges frisst wie eine Pest und dann werden die Leute das auch nie wieder los. Dass das jetzt aber weltweit so ein Ding geworden ist, ich glaube, damit hat auch tatsächlich keiner gerechnet. Ja, vor allem aus Neuseeland kommend. Ich meine, das ist ja, keine Ahnung, das wäre wie wenn es hier in Deutschland in Sachsen-Anhalt einen Film drehen würde oder so. Das mit dem Schaf würde ich jetzt gerne nochmal hören, ganz kurz, weil das mit dem Schaf, das ist die einzige Hintergrundinfo, die ich noch habe. Ich habe da keine Hintergrundinfo, ich fand das nur auch eine Szene, wo ich ihn wieder geschaut habe, dass ich mir dachte, ach, die Szene kommt aus dem Film. Also ich hatte jetzt da keine Hintergrundgeschichte. Was hast du für eine? Die wollten ursprünglich ganz viel mit Schafen drehen. Was sie aber nicht wussten ist, dass Schafe zu bestimmten Jahreszeiten super aggressiv sind und die haben die ständig von den Feldern weggejagt. Also die Schafe haben die Schauspieler so oft gejagt und rangsaliert und aggressiv angegangen, dass am Ende halt wirklich nur ganz wenig Schafe im Film ist. Das ist wie bei The Witch. Obwohl diese eine Schlafszene sieht auch so ein bisschen, also von der Bildqualität und so, die fällt ein bisschen raus. Sieht fast aus, dass ihr Stockmaterial genommen habt. Dann gibt es da noch Wasserzeichen. Aber eine Frage interessiert mich jetzt. Vielleicht kennt ihr euch ja als Splatter-Leute da ein bisschen besser aus. Wie groß war denn Splatter-Kino zu der Zeit? Das war schon sehr angesagt. Das war zwar jetzt nicht so richtig Mainstreamig, aber das war schon so die Zeit. Also Splatter war da schon ein Begriff. Es gab halt dieses ganz italienische Zeugs von diesem Umberto Lenzi und Mario Bava, diese ganzen Zombie-Sachen. Maniac, also Bad Taste war jetzt nicht einer der ersten. Was geht da? Daran habe ich auch große Erinnerungen. Wenn wir so Videoabende gemacht haben, dann war es eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, wir gucken drei Filme. Und das war dann immer eine Action-Komödie und ein Horrorfilm. Und das war, da habe ich auch zu meiner Jugend tatsächlich die meisten Horrorfilme verspeist. Und das waren immer so eine Dinger. Auch mal so ein Zombie hing an ein Glockenseil, im Kaufhaus. Die sind dann alle nicht zu der Zeit rausgekommen, aber die waren halt in den Videotheken erhältlich. Und dann hast du halt sowas geguckt. Und selbst in den Videotheken hast du zum Teil Filme gehabt, die eine saumäßige Qualität hatten. Weil das waren oftmals wahrscheinlich auch nicht so Original-Kopien. Zu der Zeit haben ja die Videokassetten tatsächlich noch richtig viel Geld gekostet. Und wenn du so einen kleinen Laden hast und da, wo ich herkomme, das ist ein ganz kleiner Ort. Und ich glaube schon, der hat sich da selbst geholfen. Ja, der Film hat das aber auch schon. Und jeder hat es halt kopiert und kopiert. Ich weiß noch genau, die Kopie, die wir gesehen haben von Tanz der Teufel, die war so schlimm. Die hatte so viele Aussetzer und die war so zersetzt, dass ich jahrelang dachte, das soll so. Ich kenne mich da jetzt, wie gesagt, in dieser Geschichte nicht so aus. Ich war da noch ganz klein. Aber der Film ist vielleicht auch einer der Ersten, die das ja deutlich persiflieren irgendwie. Und das halt ein bisschen auf die Schippe nehmen. Vielleicht gab es da auch schon was davor und so. Aber nur brutale, üble Filme zu machen, ist ja die eine Sache. Aber dieses Genre nimmt ja auch ein bisschen auf die Schulter. Weil ich meine zum Beispiel, allein diese komische, ja, das sind jetzt die Aliens, die haben so blaue Hemden an. Das hat mich irgendwie an diese frühen Zombie-Filme erinnert, weil da hatten die doch auch teilweise immer diese blauen Hemden an. Irgendwie Kaufhaus-Zombies, was auch immer, keine Ahnung was. Und so, oder auch ganz viele Szenen irgendwie wirkten, als wären das jetzt halt Hommagen an alte Zombie-Filme oder so. Ich glaube, das mit den Hemden liegt wirklich nur daran, weil sie kein Geld hatten. Ja, das auch, aber wie gesagt. Aber so ein paar Kameraeinstellungen glaube ich auch. Also wenn du wirklich so ein paar Kameraeinstellungen dir anguckst, dann findest du das wieder und zwar zum Teil in großen Filmen. Also ich erinnere mich da so an ein, zwei Szenen, wo die Kameras so ein bisschen schräger waren. Also quasi so ein Early Dutch Shut oder wie man das nennt, Dutch Angle. Und dann so ein, zwei Bilder, die er sich auf jeden Fall von anderen großen Meistern abgeholt hat. Also wie du vorhin schon gesagt hast, der wusste halt, wie man eine Kamera hält. Ja. Also eine meiner Lieblingsszenen im Film ist halt wirklich die, wo dieses Auto mit diesen Papp-Beatles da rumfährt und einen dieser Außerirdischen halt platt macht. Und dann dieser Schnitt auf, wer ist es, Ringo oder Paul? Paul McCartney, glaube ich, oder? Großartig. Wo er so verwirrt schaut, ja genau. Ja, allein schon dieser, wie hieß dieser Typ? Also das ist ja mein Lieblingstyp in dem Film, dieser B-Movie-Rambo, weißt du schon. Also dieser, nicht der Typ, dem das Gehirn immer rausfällt, also nicht Peter Jackson, sondern dieser andere Typ in dem Unterhemd, der am Schluss so geil auf die Bazooka ist. Heißt der nicht irgendwie Xavier oder so? Nee, nee. Ozzy? Ozzy, Ozzy, genau, genau, Ozzy. Das ist ja der absolute Killer. Der Typ ist der Hammer. Also den habe ich ja abgefeiert wie Sau. Und der in seinem komischen Unterhemd mit seiner komischen Rambo für Arme Attitüde mit dieser geilen 80s-Mucke, wie er ihn auf Actionheld macht, das fand ich großartig. Den habe ich abgefeiert. Du da so in Nostalgie schwebst. Superklasse. Na, ich habe mir gedacht, wie gefährlich waren die Dreharbeiten eigentlich, weil ganz zu Beginn, da kämpfen sie ja mal an dieser Klippe. Das habe ich mir auch gefragt, ja. Ein Schritt blöderweise in die falsche Richtung und der liegt zwölf Meter weiter unten. Ja, das muss man aus einer filmischen Perspektive schon auch mal schaffen. Also wie gesagt, entweder die haben völlig auf irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen geschissen oder sie haben halt wirklich es geschafft, weil ich habe mir auch gedacht, okay, der Film hatte halt nicht mal, also hat halt so um die 10.000 irgendwie. Und da gab es keine Crew, kein Nichts und so und keine Special Effects oder so. Aber wo sie dann in der Klippe so stehen und so, dachte ich auch immer so, Gott, oh Gott, dann hängt der Typ da und so. Egal, wie sie es gemacht haben, aber trotzdem haben sie es für dieses billige Budget so rübergebracht, dass es doch für mich zumindest in meinem kleinen Kino jetzt hier zu Hause, dachte ich mir schon so, um Gottes Willen, wie, was passiert da gerade? Und wie hat Peter Jackson diese Szene gedreht, wo er sich selber in den Fuß haut und Dings, kann man Statisten machen und so, aber trotzdem clever gemacht, aber trotzdem an dieser Klippe, da dachte ich mir auch teilweise, Hut ab, sportlich. Du, die sind da aufgewachsen, die hängen wahrscheinlich in, was machst du sonst in Neuseeland, die hängen jeden Tag an den Klippe hin. Dengel, Dengel, Dengel. Die haben da keine Schwerkraft, das ist Magnetismus. Auf jeden Fall, nochmal ganz kurz, um auf Ossi zurückzukommen, der hat es auch wenigstens konsequent gemacht. Der hat gesagt, hier, das ist die beste Performance, die er je abliefert, danach hat er nie wieder was gedreht. Terry Potter seines Zeichens. Ist er nicht nach Hogwarts gegangen? Genau, Terry Potter ist der kleine Bruder von Harry Potter. Der ganz kleine Bruder, den haben sie unter der Treppe verloren. Kann es sein, dass diese ganze Crew, kann es sein, dass das eigentlich diese eine Band war, weil im Abstand stand irgendwie, die Songs und so weiter sind von den Typen, die auch teilweise die Hauptdarsteller waren und dann stand noch Performed by the Remnants oder so, ich weiß nicht mehr genau. Genau und vielleicht sind es die alle gewesen. Wäre möglich, also halte ich nicht für unrealistisch. Auf jeden Fall effizienter. Ja, auf jeden Fall eine gute Leinwandpräsenz haben sie gehabt. Naja, trotzdem ist es einfach schön, Peter Jackson, also für das, dass er sich diese Rolle von diesem Derek, dieser totale Weirdo, der sich immer Alien-Gehirne in den Kopf schiebt und so, eigentlich nicht spielen wollte, hat er das auch sehr überzeugend gemacht, finde ich. Ja, wobei ich echt Probleme damit habe, ihn ohne Bart zu sehen. Das finde ich auch strange, aber in dem Interview zum Beispiel, damals hat er den sowohl noch nicht getragen, standardmäßig und so. Ich muss auch noch sagen, es ist eine schlechte Idee, bei dem Film Abend zu essen. Ja, also es gibt diese eine Szene, wo diese Aliens speisen, diese komische Milchbrühe mit Brückchen, das war wirklich, uh, das war nicht schön. Ja, haben wir gerade eine schöne Erbsensuppe gemacht. Dafür sah die ein bisschen zu milchig aus. Wie bringt man denn jetzt hier in 2020 jemanden diesen Film nah? Wie verkauft man den, dass man sich den ansehen sollte? Ja, sag halt einfach, das ist der Film von dem Typen, der Herr der Ringe gemacht hat. Guck den mal an, der ist geil. Was glaubst du, viele Leute so mit Tanz der Teufel ihren Freunden hergebracht haben, die gesagt haben, das ist der erste Film von Regisseur von Spider-Man? Ja, das habe ich auch in dem Interview, hieß es nämlich auch, haben sie ihn auch gefragt, dass er als neuer Sam Raimi gefeiert wird irgendwie. Wann kam Tanz der Teufel raus? In den 70ern, oder? Nee, 80er. Oh, nee, nee, nee. Ach, auch 80er. Ja, okay, okay. Ja, dann war es ja gar nicht so viel früher. Also das fand ich nämlich komisch, dass sie ihm dann so von wegen, er würde jetzt in die Fuß stapfen von irgendwelchen Horror-Splatter-Großmeistern kriegen. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen Ähnlichkeiten ihrer Filmwieder haben sie schon. Ja. Sie haben halt beide mit diesen, ja, ich will sagen, Underground-Filmen angefangen, die dann populär wurden in so einer gewissen, ja, Blase, nenne ich es mal, und dann Kulthits wurden. Ja. Und das haben sie dann weitergeführt und dann haben sie versucht, den ernsten Film. Also so ein Sam Raimi hat halt auch sowas gemacht wie ein einfacher Plan. Ja, aber ich finde trotzdem. Wenn du den guckst, würdest du nicht denken, dass der Typ vorher sowas gemacht hat wie Tanz der Teufel. Und Peter Jackson hat dann auch Heavenly Creatures gemacht. Ich finde, bei dem war die Spanne noch einiges größer. Also ich meine, Sue, du bist unser Filmlexikon. Mo vielleicht auch. Max? Ich bin... Auch, aber jetzt bei Peter Jackson vielleicht nicht. Nee, da bin ich jetzt raus. Okay, da machst du Bad Taste, Braindead und Meet the Feebles. Und dann The Frightness? Nee, 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 nee. Nach Bad Taste, äh, Quatsch, nach Braindead hat er halt diesen Heavenly Creatures gemacht. Den kenne ich nicht. Der ist großartig. Der ist großartig, ja. Und der ist sehr kreativ, da merkst du auch schon seine Handschrift so ein bisschen, aber der hat halt mit Splatter nichts zu tun, wirklich gar nichts. Und mit was für einem Film hat der sich dann sein Ticket für Herr der Ringe verdient? Eigentlich war es so, also nach Heavenly Creatures hat er halt den Frighteners gedreht. Der hat ja so das Schützbekommen von Robert Zemeckis, weil der den Jackson wohl sehr gern mochte. Und dann war halt eben die Zeit, dass Hollywood gerne halt Herr der Ringe machen wollte. Damals noch mit Harvey Weinstein. Und der Peter Jackson war halt großer Fan und hat das vorgeschlagen. Und Warner, die halt zuvor mit ihm Frighteners gemacht hat, ich meine, der Film war jetzt kein kapitaler Hit, aber er war schon in Ordnung, was die Zahlen betraf. Und dann haben wir es einfach versucht. Trotzdem, dieses Projekt, dem dann anzuvertrauen, ist schon krass, weil ich meine, ich glaube auch, es kommt vielleicht sogar ein bisschen, weil ich meine, Herr der Ringe und so ist ja ziemlich Production Design und Creature Design, sag ich jetzt mal, und so Special Effects schwer. Peter Jackson hat dafür ein Händchen, weil er ja anfangs auch bei Bad Taste und so ist ja komplett alleine verantwortlich für diese ganzen Effekte gewesen. Und ganz ehrlich, bei Herr der Ringe arbeiten hier teilweise auch die Leute mit, die bei Bad Taste mitgemacht haben. Der Schnitt, dieser Jamie Selkirk, der hat mit Peter Jackson Bad Taste geschnitten, der hat dann auch Herr der Ringe geschnitten. Alter, geil. Und dass Herr der Ringe so gut ist, liegt ja auch daran, dass sie halt wirklich viel, ich nenne es mal Handwerkliches gemacht hat, viel Haptisches. Das ist ja mit einer der Gründe, warum der Hobbit so scheiße ist, weil da tragen sie ja keine echten Rüstungen mehr. Da haben die halt irgendwelche grünen Punkte, die dann gerendert wurden zu irgendwelchen Rüstungen. Ja, aber wie gesagt, ich kannte jetzt diesen Übergang nicht so genau. Also es wäre für mich so, wenn du jetzt Bad Taste, Braindance siehst und sagst so, hier hast du 300 Millionen und mache Herr der Ringe. Das dachte ich auch so, what? Also es war ein Risiko, weil ich meine, das Risiko hat sich ja komplett ausgezahlt und das Risiko war gewiss größer, als jetzt einen Sam Raimi zu nehmen, der ja vor Spider-Man auch noch viele andere Sachen gemacht hat. Aber trotz allem finde ich, dass deren Werdegang schon vergleichbar ist. Ich finde es halt schwierig, bei einem Film, der Bad Taste hat, heißt auch noch, dem Typen dann das zuzutrauen, dass er doch dann den Geschmack in Anführungszeichen beweist, aus so einem Film dann doch was stilistisch und ästhetisch einigermaßen wertvolles zu machen, das nicht irgendwie in so eine Ekelrichtung zu fahren. Aber das hätte er auch nicht machen können, weil das Studio war wahrscheinlich. Wie hättest du das machen wollen? Ja eben, Studio. Das Legolas aus, keine Ahnung, Pfeil und Bogen besteht aus Knochen und Gedärm oder was? Man dachte, der Debütfilm von Ron Howard hieß Vollgas, bis die Fetzen fliegen. Und der hat dann später sowas gemacht. Immer noch ein geiler Titel. Ja, Frost nix von oder so. Naja, ich meine, wir werden wahrscheinlich eh irgendwann mal eine Folge haben mit den Debütfilmen, bekannter Regisseure und dann nochmal Bad Taste. Wir werden dann wahrscheinlich ein paar Sachen rausgepackt. Dann nehmen wir nochmal Bad Taste und nochmal Brick, da haben wir heute schon zwei gute Kandidaten. Ich würde jetzt sagen, kommen wir mal, bevor wir jetzt hier noch bis um drei Uhr nachts sitzen, zum Fazit. Oder habt ihr noch was zu den Filmen zu sagen? Nö, ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich ihn selbst nicht genossen habe, würde ich ihn trotzdem Leuten, die die Filme machen wollen, unbedingt ans Herz legen. Das ist, glaube ich, eher so ein Film, wenn du selber Filme machst oder sehr filminteressiert bist, auch filmhistorisch, dann sollte man den schon sehen. Das ist so ein typischer, ich mache jetzt einfach mal und egal wie, ich weiß immer noch nicht, wie sie die Szene mit dem Haus gemacht haben. Ein Kran und Nebelmaschine, keine Ahnung was und so. Ich glaube nicht, dass da ein Kran dabei war. Kran kostet was, damals hat Kran was gekostet. Nein, aber das finde ich echt saugut. Also ich meine, wie gesagt, das Endprodukt, ich finde die erste Hälfte ein bisschen anstrengend, weil der Humor, also wo auch Peter Jackson dann selber diese Uzi nach. Ach, und es war teilweise echt ein bisschen schwierig, aber wie das du schon gesagt hast, da merkt man, dass es so ein krasses Herzensprojekt ist und dass der halt echt einfach alles in die Wege geleitet hat, dass diese Kacke einfach irgendwie funktioniert. Das ist so ein bisschen wie beim Telehorst, ne? Ist das niedrig alles, aber ist Herzblut drin. Eben. Ich finde es aber auch gut, was du gerade gesagt hast, Max. Ich glaube auch, wenn jemand sich jetzt hinhockt und sagt, ich habe eine anständige Kamera und ich wollte immer schon einen Film machen und du wirst ja zum Teil auch zugeschissen von Leuten, die sagen, wir drehen jetzt ja einfach was, YouTube ist ja voll mit nachgemachten Filmen. Hier kannst du dir angucken, dass du halt egal, wie nerdy du bist und egal, wie schräg das aussieht oder sowas, kannst du einen Erfolg daraus zaubern und du kannst richtig groß werden. Dann kannst du natürlich auch in der Versenkung untergehen und es wird nichts draus, aber du kannst auf jeden Fall auch eine Menge Spaß haben und ich glaube, die hatten eine Menge Spaß. Ich meine, vier Jahre am Wochenende gedreht, ja, bei Demik entstand in etwa genauso. Ja, ich weiß nicht, wollen wir Punkte vergeben? Ja, auf jeden Fall. Mo, fängst du an. Oder nee, du bist neu, lass den Stu das mal vormachen. Wie vergibt man Punkte? Genau. Bildungsformatst du erklärt die Welt. Also lieber Mo. Wie gibt man Punkte? Zuerst einmal werde ich ein kurzes Fazit machen. Ich versage also, wie mir der Film so insgesamt gefallen hat. Da wiederhole ich auch gerne Phrasen oder Sätze, die ich schon erwähnt habe. Wie zum Beispiel so. Ich finde, dass Bad Taste von Peter Jackson natürlich kein fehlerfreier Film ist, aber das kann ja auch gar nicht sein. Aber man merkt zu jeder Sekunde, wie viel Herzblut und Detailiebe, die Peter Jackson hier gearbeitet hat. So, das war schon mal ein guter Anfang. Ja, jetzt gehe ich auch noch auf Äußerungen meiner Kameraden ein. Was der Max gesagt hat, also damit nichts anfangen kann, kann ich nachvollziehen. Es ist halt kein, in Anführungszeichen, normaler Film. Und auch, dass dieser Film wirklich von Leuten angesehen werden sollte, die einen Film drehen möchten, dem kann ich nur beipflichten. Und jetzt, damit es nicht zu lange wird, kommen wir zur Punktevergabe. Ich gebe dem Film gut gemeinte 3,5 von 5 Punkten. Es ist ein wirklich sehr schöner Splatter-Spaß. Da ist doch Luft nach oben, aber insgesamt war ich doch sehr erheitert und zufrieden, als ich den Film heute geguckt habe. Und so, lieber Mo, und so, liebe Kinder, geht ein Fazit. Ah, danke. Ach, ich liebe diese Rubrik. Schön, mir läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter. Ich muss mich kurz fassen. Also, ich habe hier auch nur 0 bis 5, ja? Ja, du kannst, ganz ehrlich, wir sind recht frei. Ganz ehrlich, kannst du auch 0 bis 70 gehen. Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber da hat der Mo eigentlich schon recht, weil wir sind ja Telehorst. Ja, wir sind ja Anarchie. Wir könnten ja auch sagen, wir geben jetzt mal 0 bis 88 Bananenstauden oder so. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal 8 von 3 oder so bei irgendeinem Film. Gut, wenn wir jetzt vorher drüber reden, ist das nicht mehr ganz so witzig, wie wenn ich es einfach raushaue. Ihr habt es also gerade kaputt gemacht. Vielen Dank, da. Dafür sind wir bekannt. Ja. Der Telehorst, alles kaputt. Sogar wir. Gut, ich mache mal ein Fazit. Ja, bitte. Also jetzt nicht die Aufnahme abbrechen und nicht auf Toilette gehen, es geht schnell und wird nicht wehtun. Ich finde den Film super. Man kann ja einfach gucken, der tut nicht weh, der macht Spaß und der ist richtig schön durchgeknallt. Vor allem, wenn man den Leuten zeigt, die den in dem Leben noch nicht gesehen habt. Ihr kennt ja meine Frau nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die mich geboxt hat. Ich vergebe hier auch, ich vergebe mal so drei von fünf gebackenen Alien-Masken, weil das ist schöner, schräger Spaß und mit einer Caipirinha geht das gut runter. Ich muss dazu sagen, ich finde diese eine Bezeichnung großartig, die werde ich jetzt immer bei positiven Faziten nehmen. Es ist ein Film, den kann man gucken. Da muss man mal in den Top 5 der Floski. Ein Film, den kann man gucken. Och, für einen Film hat er ganz schön viele Bilder. Der tut nicht weh, ist auch noch ganz berühmt. Und diese ganzen Floski benutze ich jetzt. Warte mal, ich habe noch was. Experten gucken rein, Gelegenheitsgucker gucken Probe. Oh Gott, das klingt echt so deutsch. Naja, egal. Ich vergebe dem Film vier von fünf. Wow. Ah, wow. Aber vier von fünf Studenten-Filmpunkte. Na, eigentlich müsste man ihm dann viereinhalb geben. Der ist praktisch in dem Sektor, ist er wahrscheinlich sogar einer der ganz großen Player. Jetzt, wenn ich jetzt diese Kategorie nicht habe und schmeiße den halt dann irgendwie in so ein komplett filmgeschichtliches Sammelsurium, dann würde ich ihm wahrscheinlich zwei bis zweieinhalb geben. Also ich meine, er ist tatsächlich keiner, der irgendwie wehtut oder sonst irgendwie auch. Man muss sich nicht schämen, wenn man ihn anschaut oder ihn gern mag. Aber er ist halt jetzt für mich ganz einfach. Es ist ein Blödel-Splatter-Film und er ist halt der Beginn einer großen Karriere. Aber ist er wirklich so blöd? Ich weiß es nicht. Er ist aber ein bisschen so ein bisschen à la Nostradamus. Hat er vielleicht vorausgesehen, wie wir heute Tag mit unserem Essen umgehen? Ist Bad Taste vielleicht einfach eine Abhandlung zum aktuellen Tönes-Skandal? Ja. Also wenn man es von der Seite aussieht und vielleicht nach Bad Taste sich den Film Dominion anschaut, dann glaube ich, wird man ganz schnell zum Veganer. Ja, wenn er Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ja. Ja, dann komme ich noch zu meinem Fazit. Ich habe ihn ja ausgesucht. Deswegen muss er gut sein. Sündig. Vielen Dank dafür. Ich finde auch, dass es ein Meißelwerk ist und auch ein prophetisches, sozialkritisches. Quatsch, keine Ahnung. Nein, ich finde es schwierig, weil ich fand die erste Hälfte dann doch nicht so lustig, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich fand es anfangs auch ein bisschen schwierig, wenn man diesen Aspekt, das ist der Anfangsfilm und hier studentisches Gaudi-Projekt, dafür ist er natürlich grandios. Aber trotzdem macht es mir immer noch mehr Spaß, Branded anzuschauen, weil da geht es halt noch ein bisschen mehr ab. Und da hast du halt weniger awkward Quatsch, obwohl gegen Ende des Films dieser awkward Quatsch so in die Höhe getrieben wird, dass es schon wieder lustig ist. Also was die Musik und diesen Ossi angeht, da haben mich schon sehr gefreut. Also ich gebe dem halt auch dreieinhalb von vier Gehirnen. Das ist eine komische. Dreieinhalb von vier Gehirnen. Nein, von fünf. Sollte. Okay. Also sieben von elf. Ja. Und kommen wir doch von einem Großmeister des Rechnens zum nächsten. Danke. Einem kleinen Penis. Tom Hardy. Ach, ich würde sagen, da ist doch Reffen, nicht Rechen. Bronson ist jetzt auf der Liste. Der Nächste. Charles Bronson. Und wir unterhalten uns nicht über den Schauspieler, nein, wir unterhalten uns über Michael Peterson, der sich den Kampfnamen Charles Bronson zugelegt hat. Ein auf einer True Story basierendes Biopic über Englands berüchtigsten Intensivtäter, Michael Peters. Nach Burroughs Johnson. Ja. Ich sage euch gleich vorab, ich werde hier nichts Schlechtes sagen, weil der Kerl ja noch lebt. Das ist scheiße. Wenn der rausfindet, wo ich wohne, dann der verprügelt dich. Darf ich hier kurz, ich wollte dich nicht unterbrechen, Max, aber das würde hier noch ganz gut passen, weil du hast ja schon mal den Film in die engere Auswahl gezogen für, ich weiß nicht, das Thema hatten wir noch nicht, aber Thema Biopics über Arschlöcher. Ja. Genau, also nur für, soviel dazu, lieber Michael, wenn du es hier hörst. Ja, und, ähm, war es nicht sogar Biopics über Idioten? Ich weiß es nicht genau, es könnte eins von beiden sein, aber, ja, Michael Peterson ist halt ein unbelehrbarer, sehr aggressiver Mann, der mehr Zeit im Gefängnis verbracht hat oder derzeit auch noch verbringt, ähm, als er Zeit draußen verbracht hat und Nicolas Winding-Raven, der sehr, sehr tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Drive, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Valhalla Rising, einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder vorher auch mit der Pusher-Reihe schon sehr gute Filme gemacht hat, ähm, der hat sich dieser Person angenommen und hat für, naja, knapp 300.000 Pfund einen, ich sag mal, ein sehr theatreskes, skurriles Biopic über diesen Herrn Bronson gemacht, über seinen Werdegang vom kleinen Kind in Luton bis hin zu, ja, seiner, ich weiß nicht, Tätigkeit als Künstler. Ja, kurze Frage, wenn er in Luton geboren worden ist, ist er denn ein Luter? Sorry. Muss der raus. Muss der raus, ja. Ja, ist wie ein harter Rülpser, der muss raus. Oh, und der riecht auch so. Nee, ich bin ja eigentlich schon fertig. Ich hab mir den Film ausgesucht, weil ich ihn liebe. Und ich wusste gar nicht, dass der so günstig war. Das sieht man ihm, ja, wenn man es weiß, sieht man es ihm dann doch an. Aber auch ... Ja, da komme ich später noch dazu, wenn man als Regisseur, äh, nach 87, äh, eine Kamera gut halten kann und ein bisschen Gespür für Ästhetik hat, dann geht es schon. Also, was dem Film halt zugutekommt, ist, dass er halt auch so Szenen hat, wo er halt in diesem Theater steht, die ja schon was, ja, Träumerisches haben. Und das überträgt sich, finde ich, halt auf den Rest des Films, sodass es mich nicht gestört hat, dass diese Gefängnisse irgendwie alle aussehen, als wären es einfach heruntergekommene Fabrikhallen, wo sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit gedreht haben. Ja, Inception haben sie da dringend. Also, ich finde, man sieht schon, dass das kein 30-Millionen-Dollar-Film war, aber es sieht nicht billig aus. Nee, das nicht. Ich meine, man merkt es halt, also, ich meine, wenn man ein bisschen so in dem Business auch arbeitet oder mal ein paar Kameras in der Hand gehalten hat, man merkt es halt dann doch an der Qualität des Bildes an sich. Also, da geht es jetzt wirklich darum, dass eine High-High-High-End-Kamera halt einfach weniger krisselt oder sowas. Aber es gibt ja auch Filme heutzutage auch, die das halt absichtlich teilweise einsetzen und so. Also, deswegen, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Ich frage mich nur, wenn ich so einen Film sehe, weil der war wirklich handwerklich und Dings. Und ich meine, natürlich lebt er auch noch von seinem großartigen Hauptdarsteller und so weiter. Aber ich frage mich dann, wenn ich so einen Film sehe bei anderen Filmen dann, wo die dann so viel Scheiß-Geld verbrennen, keine Ahnung. Naja, viel in Gagen. Das stimmt. Man mag nicht glauben, wie viel Gagen kosten. Das stimmt. Production Design, wenn du Sachen wirklich erst bauen musst. Sets, genau. Sets. Ich meine, wenn du ein Set da hast, da kommen wir jetzt bei Brick dann später auch mit dazu, das halt einfach nicht umgebaut werden muss. Ja, da musst du halt einfach ein bisschen kreativ werden. Da musst du ein bisschen kreativ werden. Und ich meine, was halt bei Reffen wirklich, was man bei dem Film, finde ich, bei Pusher vielleicht vorher auch ein bisschen gesehen hat, das ist, der Mann kann einfach auch mit Lichtern umgehen und auch mit farbigen Lichtern. Der setzt streckenweise blaue und rote Lichter so ein, dass da an den Punkten, wo sie sich schneiden, halt ganz komische Verfärbungen auftreten, die er dann als Schatten nimmt. Das macht er, das macht vielleicht Gaspar Noé noch, aber da fallen mir sonst nicht mehr viele ein. Ich bin mit dem Werk jetzt nicht so vertraut von dem lieben Herrn. Also Drive habe ich natürlich gesehen und diese neue Serie, wie heißt die nochmal? Too Old to Die, ja. Genau, da habe ich auch mal reingeschaut, so ein bisschen. Ich glaube, ich mag den Stil von dem sehr gerne. Ich kann aber schon mal vorpreschen und sagen, dass ich den Film nicht mag. Ich habe nämlich, wo du ihn ausgewählt hast, habe ich mich sehr gefreut, den endlich mal zu Ende zu schauen, weil ich habe den vor 5, 6, 7, keine Ahnung wann, ich habe den schon mal gesehen. Ich glaube, das war so im Zuge von, oh, Tom Hardy, so hier Inception und Dark Knight Rises und so, Tom Hardy, den mag ich aber, der ist ein cooler Typ. Ich schaue mir jetzt ein paar Filme mit dem an und dann Bronson, klang interessant, sah interessant aus, Tom Hardy, geil gespielt und Dings und so, habe den Film angemacht und wusste bis heute nicht mehr, warum ich ihn nicht zu Ende geschaut habe und jetzt weiß ich es wieder. Egal. Ja. Bo. Ja. Schwierig. Lass mal Senf dazu. Schwierig. Also ich habe Bronson gesehen, das ist eine ganze Weile her und auch, weil ich habe nicht mal erkannt, dass das Tom Hardy ist. Ich kann dir nicht, irgendwie ging es um, ach, guck mal hier, ruckzuck ist die Fresse dick, den gucken wir jetzt. Und dann haben wir den angemacht und dann ist das ja im Grunde sowas wie Freddy Mercury mit, mit, mit jede Menge Muskeln hinter Gittern Leute vermöbeln. Am schönsten ist die Szene, wenn, wenn Bronson sagt, heyo, another one bites the dust, yeah. Ich wusste wirklich nicht genau, wo ich das hinpun soll. Ich habe auch erst ganz, also deutlich später erfahren, dass das alles echt ist und dass das alles wirklich so passiert sein soll. Natürlich ist da das Theatralische deutlich übertrieben, etc. Aber wenn man sich auch mit der Person, die dieser Mensch tatsächlich war, ein bisschen auseinandersetzt, dann ist das schon ein richtig schräger Film und ich fand den gut gemacht und ich glaube übrigens diese Krisselkamera und das, dass das so sein soll. Ich glaube, das ist mit Absicht so, weil das auch so ein Stück weit dieses, ja, weißt du, im Gefängnis sein, da hast du nicht richtig Licht, du hast nicht richtig Helligkeit, nicht richtig Dunkelheit, das ist immer so ein bisschen düsselig und ich glaube, das soll diese Kamera da unterstreichen. Also ich fand den Film sehr, sehr schräg. Ich kann tatsächlich nicht so genau sagen, also jetzt, wenn wir darüber reden, werde ich wahrscheinlich übermorgen nochmal gucken oder so. Ich glaube schon. Was ich, also ich kann den Typen nicht leiden, den, den, ähm. Mr. Peterson. Nicholas Wending Refn. Ich finde keinen seiner Filme gut, tatsächlich. Habt ihr jetzt alle aufgelegt, weil ich gerade Drive gedisst habe? Ich, 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 ich. Ich habe gerade auch Verbindungsprobleme gehabt, deswegen, ich wusste jetzt auch nicht gerade, was passiert, aber du warst gerade so ein bisschen weg. Aber ich glaube, das klappt schon wieder. Interessant, dass du das sagst. Wie gesagt, ich habe von dem Film Typen noch nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt zuerst auch das, ich habe jetzt auch gemeint, du meinst den Typen. Also ich meine, dass der nicht sympathisch sein soll, ist ja klar eben. Und, ähm. Wir hatten ja letztes Ex-Drummer zum Beispiel, da hast du nur unsympathische Leute. Und ich habe kein Problem damit, wenn du Filme über uninteressant, äh, unsympathische Leute siehst. Aber bei dem Film hatte ich das Problem. Der Typ ist für mich sowas von uninteressant wie die letzte Scheißsau. Weil irgendwie, dann sagt der noch so, ja, ich komme aus ganz normalen Verhältnissen und ich bin jetzt im Knast und ich bin halt einfach irgendwie geil auf Aufmerksamkeit. Deswegen mache ich die ganze Zeit Randale. Und deswegen mache ich halt die ganze Zeit so Zeug. Und deswegen fand ich auch Kunstgriffe wie diese Theaterszene eigentlich nur nervig. Also ich fand den Film echt einfach nur nervig. Also ich finde, da schaue ich mir lieber einen Film, der die Ursachen oder die Gründe oder so für solche Existenzen herausarbeitet oder so, auch wenn sie noch so banal sind. Also ich muss dann bei dem Film öfter mal an Natural Born Killers denken zum Beispiel. Ich schaue mir lieber den Film tausendmal an. Und der hat auch künstlerische Kniffe von Oliver Stone, die für mich um einiges interessanter sind als diese komischen Theaterszenen in Bronzen und so. Also ich finde den künstlerisch besser und auch aussagemäßig besser, als dass ich mir einen pseudokünstlerischen Film über ein uninteressantes Arschloch anschaue, was mich nur nervt. Entschuldigung. Ich habe ja nichts in der Meinung, aber den pseudokünstlerisch zu nennen, finde ich jetzt doch ein bisschen hart, weil der ist schon künstlerisch. Ja, ja. Nur du connectest halt mit dieser Kunst nicht, was ich verstehen kann. Ich mag Reffen durchaus, nicht alles, aber ich finde den immer wirklich interessant. Und ich fand, Bronzen ist jetzt auch nicht mein Favorit von Reffen. Und ich würde niemanden absprechen wollen, dass Reffen irgendwie scheiße ist, weil dafür ist der immer zu polarisierend. Aber ich fand, dass der Film schon für mich zumindest sehr klar gezeigt hat und aufgezeigt hat, dass dieser Bronzen halt einfach nur ein Arschloch ist. Ja, und in dem Rahmen mochte ich dann diese Darstellung nicht so gerne. Also ich fand, dass gerade diese Theatermomente, die ich wirklich gut fand, mir ganz klar gemacht haben, das ist halt einfach ein Arschloch, der sich halt selbst darstellen will. Jetzt natürlich die Frage, ist es gut, dass der Reffen ihm wirklich dann auch diese Plattform bietet? Die ganzen armen Seelen und dann läuft Patch-Up-Boys, It's a Sin und sie fangen an zu tanzen. Und da muss ich gestehen, tat er mir nicht leid, aber die anderen Leute taten mir leid. Diese Szene liebe ich. Ich glaube, wir sind da echt auf einer Schiene. Und mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich auch, dass er mir an manchen Stellen den lieben Herrn Peterson, der gar nicht lieb ist, viel zu cool darstellt. Also wie so ein, keine Ahnung, wer da der absolute Anti-Held mit mehr Ding aufhält. Ich glaube tatsächlich nicht, dass der Reffen diesen Film komplett aus der Perspektive von diesem Peterson gedreht hat. Und ich glaube, das ist das Problem. Er hätte entweder, was heißt entweder, es wäre vielleicht lobenswert gewesen, es hätte mir gefallen, wenn er noch eine Gegenperspektive gezeigt hätte. Zum Beispiel dieser eine Kunstlehrer, den er da gefangen nimmt. Ich habe mir nach dem Film mal ein paar Sachen durchgelesen. Der hat danach nie wieder arbeiten können. Das war das Problem bei mir zum Beispiel. Ich habe auch irgendwie, ich habe den ja wie gesagt damals schon mal angefangen. Der war mir dann irgendwie zu doof. Und damals habe ich den vielleicht noch unter anderem Gesichtspunkt geschaut. Vielleicht damals war es mir einfach ein bisschen zu, weiß ich nicht, da war es mir vielleicht irgendwie zu langweilig oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich dann nochmal durch euch halt den Film aufgemacht und dann habe ich mich noch informiert und so. Ich wusste noch grob, dass das eventuell eine reale Person ist. Dachte mir, jetzt muss ich mich noch schlau machen. Dachte mir, nee, jetzt schaue ich mir erst den Film an und dann mache ich mich schlau über den. Aber nach dem Film hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, mich schlau zu machen. Ich schon. Und das war sehr. Diese dumme Drecksau, der interessiert mich keinen Fingerdreck unterm Fingernagel. Keine Ahnung was. Also das ist wirklich, keine Ahnung. Ich verstehe es schon, wenn Filme über unsympathische Leute gemacht werden und dann das eventuell stilistisch cooler rüberbringen, als es real ist und so. Aber den Film fand ich es halt wirklich stilistisch recht daneben, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich hatte danach wirklich Bock, mich mal reinzulesen, was da habe ich gemacht oder was es ist und wo weicht der Film vielleicht von der Realität ab. Und der Film, aus welchem Jahr ist der nochmal? Kann das jemand sagen? 2009. 2008. 2009 oder 2008. Ja. Und da waren halt Sachen dabei, die sie weggelassen haben, wo ich auch mit den Beinen geschlackert habe. Also er war zum Beispiel mal verheiratet mit einer islamischen Frau. Und da ist er dann in der Zeit zum Islam konvertiert und hat sich fortan Charles Ali Ahmed genannt. Und dann sind irgendwie kurz nach den Anstrengungen vom 11. September wohl zwei Männer zu ihm gekommen und boten ihm wohl die Freilassung an, wenn er muslimische Gefangene infiltrieren würde und solche Sachen. Das sind total bizarre, absurde Sachen. Und dann hat er auch noch irgendwie weitere Gefängnisaufstände und Entführungen gemacht und ist irgendwie laut Wikipedia seit drei Jahren irgendwie so eine Anti-Aggressionstherapie. Und was ich mich wirklich frage, ich meine, er will bekannt werden. Und er sagt ja zu Beginn des Films auch, er kann halt nichts. Auch als Schauspieler ist er nicht so gut, was ich ganz ulkig finde, weil Tom Hardy ist halt ein guter Schauspieler. Das beweist er auch hier wieder. Und dann frage ich mich, was ist das für ein Mensch, der ein Gefängniszelle als Hotelzimmer wahrnimmt? Wo ich mich dann auch frage, betrügt er sich da nicht einfach selbst oder ist er halt einfach nur geisteskrank? Ja, aber dann hätte es zu dem Film, ich finde, das hätten sie in dem Film, also anfangs mal zu dem, zum Beispiel, wo wir letztens Foxcatcher besprochen haben. Der war ein Understatement, weil, wie gesagt, der hat so viel verschwiegen, was noch viel schlimmer war in Realität, was bei dem Film voll gut war. Und dass du danach das durchliest und denkst dir so, okay, das ist ja auch viel krasser. Aber der Film hat das so subtil gemacht, dass du danach denkst, okay, das ist krasser. Aber der Film ist ja so drüber, auch wenn er die ganzen Details nicht erzählt, aber trotzdem dachte ich mir auch die ganze Zeit, ja, das ist alles übertrieben. Und was er dann für reale Details ausspart, ist mir eigentlich relativ scheißegal, weil der Film ist so drüber, dass ich dem eh nichts abkaufe, weil es ja eh alles so überzeichnet ist irgendwie in seiner komischen Theatralik. Aber dann zum Beispiel sein komischer Öffentlichkeits-Fame-Drang und so, der ist auch nicht so präsent. Außer, dass er am Anfang mal sagt, er würde gerne bekannt sein und er kann nichts und so. Aber im späteren Film kommt es gar nicht so rüber. Hätte er noch so ein paar Leute irgendwie so, würden dann Pressefritzen zu ihm kommen, die interviewen und er findet es geil, wie in Natural Bond Killers zum Beispiel. Dann würde ich das verstehen. Aber in dem Film ist es halt so, der Typ ist immer nur alleine und macht nichts. Und dann denkt er sich, jetzt muss ich diesen Kunstlehrer töten. Und dann denkst du die ganze Zeit so, und dann inszeniert er das so komisch, wo du nicht das Gefühl hast, als würde das großartig nach draußen kommen. Also dieses, sein Fame, den er aufbaut, den habe ich auch in dem Film nicht gespürt und so. Außer mal in irgendeinem Zeitungsartikel, der aber auch relativ am Anfang kommt. Also ich finde, der Film bringt keine von diesen Messages, die er eventuell rüberbringen will, die für mich interessant gewesen wären, bringt er nicht rüber. Aber ich finde, er hat ein bisschen was, als wäre ein weiterer Akt von Clockwork Orange. Also ich muss, ich habe hier eine kleine Lanze, die würde ich gerne mal kurz brechen, wenn ich darf. Bitte. Brech sie. Weil ich spüre da richtig Aggression bei dir, Andi. Nö, alles gut. Ich habe den tatsächlich ganz anders wahrgenommen. Also für mich ist das Ding eine komplett durchgeknallte, überdrehte, voller Gewaltausbrüche gepackte Fassung von Bohemian Rhapsody. Da ist ein Typ, der im Grunde nichts kann, ja. Aber alleine das, was der in dieser Zelle veranstaltet und was der auch mit der Institution im Gefängnis macht und immer noch tut, das finde ich schon, dass das so ganz gut rüberkommt. Der ist total durchgeknallt, der ist total schräg und man soll den ja nicht mögen. Und das machen sie ja wirklich gut. Und es ist halt unangenehm zum Teil, das auch zu sehen. Und ich bin auch voll dabei, wenn man sagt, am Anfang ist das irgendwie noch ein bisschen klarer und ein bisschen spaßiger und hinterher irgendwann so im Laufe der Zeit, im Laufe der 90 Minuten oder was der da geht, stumpft das nachher so ein bisschen, also da wird es ein bisschen dolle. Ich frage mich, so was wie so einen erhellenden Moment am Ende hätte ich vielleicht auch ganz, ganz gut gefunden. Und damit meine ich jetzt nicht, am Ende blendet man noch ein und da sitzt immer nur im Gefängnis in mir, sondern einfach irgendwie so, wie ihr vorhin gesagt habt, so ein bisschen was Entlarvendes an einer Stelle. Gab es halt nicht, aber mir hat das auch nicht so richtig gefehlt, weil ich dachte, gut, ich nehme das jetzt mal als das, was das ist, komplett überzogen. Der Typ, der hat echt einen einer Zwölf. Das, was der da abzieht und was er den Leuten antut, ist eigentlich nicht witzig. Wir sollten nicht lachen. Da vergeht einem auch meistens das Lachen. Aber ich fand trotzdem die Darstellung, wie das gedreht ist, auch zum Teil auf kleinen Raum, halt eben in seiner Zelle und was in seinem Kopf so alles stattfindet und sowas, das fand ich schon ziemlich gut. Ja, aber in dem, warte kurz, wenn ich hier so kurz eingrätschen darf, aber da habe ich halt das Problem, weil du siehst weder die Auswirkungen auf die Leute, die er Leid antut sozusagen. Man hätte entweder seine Isolation deutlicher machen können. Aber ich glaube, das soll so sein, weißt du? Ja, aber ich mag das, wenn... Er ist im Gefängnis, der kommt ja nicht raus. Das heißt, er weiß gar nichts von seiner Außenwirkung und er weiß auch nichts von Wirkung, weil er das in seinem Leben noch nicht wahrgenommen hat. Die einzige Wirkung, die er kennt, ist, ich habe hier eine Faust, die haue ich dir aufs Maul und dann tut dir was weh. Ja, wenn man so pragmatisch da rangeht und für das einen genug ist, dann kann das ja auch Spaß machen. Oder auch halt eben keinen Spaß machen. Ich habe halt nur gerne, wenn du... Aber es ist halt vielleicht eine falsche Erwartungshaltung von mir, irgendwie so als, ja, so eine Art Satire oder wie sagt man, keine Ahnung, auf so eine Art Selbstdarsteller, Vollidioten, die halt nicht wissen, wohin mit ihrem Männlichkeitsspass die seien und so. Aber da kam für mich dann nichts, also dieses eine Gefühl, was man dann hat am Anfang vom Film, wo man rausfindet, okay, der Typ ist ein arroganter Arsch, kann nix und deswegen will er sich nur durch seine Gewalt irgendwie etablieren oder so. Und dieses Gefühl hat sich für mich nicht durchgezogen, weil keine Außenwirkung dann mehr kommt. Aber wenn, aber stilistisch, wie du es jetzt gesagt hast, ist es dann vielleicht auch passend, dass du ihn so isolierst und nichts von außen kommt, also keine mediale Aufmerksamkeit, obwohl die hatte er ja anscheinend und so. Und das eben, aber wie gesagt, mir fehlen da so ein bisschen so an den Ecken so ein paar Anhaltspunkte, dass für mich das so ein bisschen als Film greifbar ist. Aber ich glaube auch, ich fand es schön, wie du es gesagt hast, dass man das stilistisch so isolationsmäßig und so, dass er halt wirklich alleine ist und nur für sich seinen krassen eigenen Film fährt, macht schon Sinn. Aber ich fand es nicht gut. Also ich meine, ich muss da den Gedanken von Stu echt aufgreifen, wenn du dann am Ende nach der Geiselnahme vom Kunstlehrer irgendwie echt umgeschwenkt wärst, vielleicht auf letzte Viertelstunde auf deren Sichtweise, auf die Sichtweise der Opfer, die unter ihm leiden mussten. Aber da sind, glaube ich, außerdem Kunstlehrer zu wenige gezeigt worden, die es wirklich mussten. Und das Problem, fand ich auch, war, so gut ich den Film finde, aber es gibt ja in diesem Film keine Figur von Bedeutung, die nicht übertrieben ist. Ich meine, auch dieser Kunstlehrer, ich meine, wir sehen das erste Mal, der macht ja irgendwie so Stepptanzübungen auf der Treppe. Und ist so richtig so, ja, hey, ich verstehe das total, so, ey, komm, du bist großer Künstler, so. Das fand ich auch seltsam. Ja, wobei ich genau das, was das Clockwork Orange-mäßige irgendwie bezeichnen würde. Ja, genau, wie diese Typen, wo er einbricht, dieser alte Mann, der ist ja auch so ein bisschen schrullig und so. Also, ich finde gut, dass es hier, es gibt ja, was dir so ein bisschen fehlt, ist die Sicht von außen und ein bisschen Erklärung oder was hast du getan hier. Aber ich glaube, das wäre genau falsch gewesen, weil, zu was soll das gut sein? Du hast 90 Minuten, guckst ihm dabei zu, wie er Leute vermöbelt, verkloppt, im Gefängnis im Grunde macht, was er will, ständig Geiseln nimmt, immer wieder irgendwie rauskommt aus der Nummer und dann machst du ein Flashback und zeigst diesen Armen. Das hätte was von Austin Powers. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Aber zum Beispiel, wie gesagt, Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall. Also, ich will dir das auch nicht absprechen. Ich hätte eher gerne gehabt, dass sie, ja, nee, jetzt bist du dran. Ich glaube, man muss hier einfach für sich selber so, ich glaube, du wirst da so richtig reingerotzt in diese Gefängnisstelle, du hockst da hinten links in der Ecke, guckst ihm zu, wie er sich schwarz anmalt und an diesen armen Menschen da quält, unter anderem. Der macht ja noch deutlich andere Dinge. Und dann sollst du für dich selber eben auch so ein bisschen die Linie ziehen, nehme ich das jetzt wahr als das, was es ist, nämlich eine ganz furchtbare Foltersituation? Oder bin ich einfach nur Zuschauer im Kopf von diesen offensichtlich verstörten Typen? Und ich habe es halt eher so gesehen und dann lässt man automatisch das, was passiert daraus und so, das lässt einen dann so ein bisschen kälter, ohne dass man selber kalt ist, sondern einfach, weil man sich entschieden hat, ich bin halt im Brain von diesem Typen und der nimmt das alles nicht so wahr. Dann hätte ich es aber schöner gefunden, wenn sie es drastischer gemacht haben, dass du wirklich verstört bist und so. Weil so war das halt, du schaust dem Typen zu, wie du es gerade beschrieben hast, der sitzt halt im Knast und prügel Leute. Und diese Prügelszenen waren ja teilweise auch, die waren ja nicht drastisch, die waren halt einfach nur so, ich gehe jetzt wieder in die Zelle, wenn sich die Situation bietet, dann erwürge ich jemanden, dann prügele ich ein bisschen und dann bin ich wieder in der Einzelhaft und so. Also, ich meine, wenn du einen zermürbenden Film willst, der keine Pointe hat und keinen Höhepunkt oder keine Message, dann ist der Film vielleicht richtig. Ja gut, den hat er bei Reffen eh danach. Ich denke an Tom Hardy's Penis. Ich hätte halt gerne, ich habe halt gerne immer noch so eine, ich finde es ja nicht schlecht, wenn man sich Filme anschaut, die einen ein bisschen ratlos zurücklassen, wo man sich dann selber seine Meinung bilden muss. Aber in dem Fall fand ich es halt so, der hat mich so leer zurückgelassen, dass ich mir halt echt dachte so, ja cool, ich habe jetzt den Typen zugeschaut, den es anscheinend wirklich gibt, der halt nur im Knast sitzt und so blöd ist, dass er halt, dass er halt einfach nichts anderes kennt, als Leute zu prügeln und wieder auszurasten. Und das war halt für mich sowas von unspannend und uninteressant. Es war weder gesellschaftskritisch noch irgendwie psychologisch irgendwie einsichtig oder wertvoll. Wie gesagt, also ich hatte da keinen, keinen Faden, an dem ich mich so ein bisschen entlanghangeln konnte, was wahrscheinlich mein Problem war. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt, also man hätte ja noch mehr Kritik irgendwie am Gefängniswesen der damaligen Zeit irgendwie finden können. Ja. Ja, aber wozu? Guck mal. Ja, eben, das ist jetzt gerade so diese Frage, die ich mir stelle, ob das nicht ein komplett anderer Film dann wäre, weißt du? Ja, ja, aber der Film taugt ja auch nicht als Psychologisierung von diesem Typen, weil da kriegst du ja auch nichts mit. Wenn du eine Erklärung lieferst, dann, wenn du eine Erklärung lieferst und die suchst du dann halt eben im Gefängnissystem, dann rechtfertigst du das ja und das darfst du nicht. Genau, das finde ich ja auch okay, dass er es nicht macht, weil es gibt ja genug Filme, wo dann der Psychokiller, wo es dann heißt so von wegen, hey, der kommt aus einer ganz gut situierten Familie und so, aber dann geht es halt um was anderes. Dann geht es darum, um sein Streben nach Popularität oder sein Egozentrismus oder sein, keine Ahnung, narzisstisches Drecksschwein oder so, keine Ahnung was. Aber das arbeitet der Film für mich zumindest halt auch nicht aus. Also da kommt nichts rüber. Also bei mir kam keiner von diesen Ansätzen, die ich in dem Film gerne gesehen hätte. Ich finde das auch okay, dass du es nicht entschuldigst, dass das so ein Spasti ist. Das finde ich voll gut. Also wie gesagt, das wäre noch schlimmer, wenn es dann heißen würde, wenn da so ein Flashback kommt, so, ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht, deswegen bin ich jetzt so ein blöder Arsch, keine Ahnung. Wobei sie ja schon, was mir gerade auffällt, schon versuchen ihn stellenweise so ein bisschen nicht sympathisch zu machen, aber schon so, dass er halt sein Prinzipien hat. Es gibt ja diese eine Szene, wo er sediert ist und da kommt dieser Typ zu ihm und sagt so, ja, dass er halt gerne mit jungen Mädchen rummacht, also die wesentlich jünger sind als er und er sich ja genau diesen Typen dann ausguckt, den er dann versucht zu strangulieren. Das fand ich auch strange, ehrlich gesagt. Da ist es ja gerade das perfide, dass viele das wahrscheinlich so verstehen, dass er ihn erwürgt oder ihn auserkoren hat, weil er halt ein Pädophiler ist, aber eigentlich, glaube ich, macht er es halt nur, weil er so da rauskommen kann. Nee, ich denke, was der Film eigentlich auch viel zeigt, sind zwei Dinge. Erstens mal Reffens Umgang mit Gewalt. Du musst dir mal seine Filmografie einfach anschauen. Bronson, was er bei Pusher vorher gemacht hat, war ja eigentlich eher so Gang-Aggressions-Gewalt-Raub-Kino und dann hast du ja halt hier sowas. Dann bei Valhalla Rising hast du den Brutalo. Im Grunde genommen, Drive ist noch der harmloseste Film und bei Only God Forgives gibt es ja eigentlich auch bloß um Rache und Gewalt. Also man merkt schon irgendwie, dass da, keine Ahnung, vielleicht die Verfilmung von Gewalt sein Ding. Er hat wahrscheinlich auch keine schöne Jugend. Und deswegen hat sich dieser Bronson für ihn auch irgendwo angeboten, weil er irgendwann mal gehört hat, hey, da sitzt ein Intensivtäter, der ist die Verkörperung von Gewalt und der hat keine Triebkontrolle und nichts. Und dann denkt er sich, okay, wie kann ich das jetzt so darstellen, dass es irgendwie künstlerisch wertvoll ist und natürlich die Darstellung dann auch dazu führt, dass man sich als Zuschauer selbst hinterfragt. Ab wann wird halt praktisch diese, ist so Triebkontrolle entschuldig, entschuldbar sozusagen. Was mich aber auch noch ein bisschen dann gestört, in Anführungszeichen, ich meine, ich hätte das bei dem Film cooler gefunden, wenn er dann noch drastischer ist, dass du halt wirklich abgestoßen wirst von seinen Taten. Aber irgendwie diese Taten, die sind so, die sind teilweise so albern halt einfach, also wo er den Typen dann irgendwie so, ich meine, es ist fies und gemein so ein bisschen, aber Clockwork Orange zum Beispiel ist halt um einiges beklemmender durch seine Darstellung, weil es halt einfach fieser ist und bei dem hatte ich immer das Gefühl so, ach komm, jetzt geht wieder zurück in deine Zelle, du bist doch echt einfach nur ein Würstchen. Also ich meine, auch wenn er mal jemanden umbringt und so, dann soll der Film, der Film muss mir das dann vermitteln, dass ich wirklich angekostet von dem bin und ich war nur gelangweilt von dem Typen und von dem Film. Ja, aber egal. Gut, jetzt muss man, glaube ich, eh mal zum Ende kommen. Genau, lassen wir es doch mal auf eine heitere Note. In 1994 hat er einen Wärter als Geisel genommen und er forderte folgende Dinge, eine aufblasbare Puppe, ein Helikopter und eine Tasse Tee. Ich finde, das ist für jemanden, der eine Geisel genommen hat, mal eine schöne Aufstellung an Dingen, die man notwendigerweise braucht. Das fand ich auch interessant, der hat doch immer diese Nixon-Geste gemacht, diese Peace bei der Hände und so. Weißt du schon? Und dann gibt es doch einmal in dem Film so reale Aufnahmen von irgendeinem Geisel-Ding von ihm, glaube ich, oder? Ja, also wo hast du ja auf den Dächern überschotzt. Genau, und deswegen, ich hätte dann, das fand ich interessant und dann habe ich gehofft, dass es eventuell, und ich hatte in dem Film dann halt nie das Gefühl, als hätte ich jetzt einen wirklich realen Bezug durch halt diese überspitzte und teilweise auch künstlerischen Einstreuungen, die ich ja auch gut finde. Also wie gesagt, bei vielen Filmen, diese Theater-Szene fand ich ja auch per se eigentlich ganz gut, aber trotzdem habe ich dann irgendwie gehofft, dass es eventuell noch ein bisschen einen realeren Bezug nimmt, den ich dann auch nachvollziehen kann, dass ich dann check, so okay, das und das ist wirklich passiert, das nicht und so, das und das. Also dann hätte ich eher diese Trennung zwischen Theater und Realität deutlicher gerne gehabt, als nur Quatsch. Keine Ahnung. Egal. Ja, also ich denke, so eine richtig aufbereitete Abarbeitung von diesem Typen im Stil von einer Doku mit zwei, drei Teilen oder sowas wäre vielleicht ein bisschen, das lässt dann genug Raum, beides zu zeigen, alle Seiten zu zeigen und dann findet man richtig scheiße. Das war hier nicht der Anspruch. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist jetzt ein Theaterstück, also so fühlt es sich halt die meiste Zeit auch an. Ein Kommerspiel. Ja. Ja. Punkte? Also ich gebe dreieinhalb von fünf Tom-Harding-Penissen. Ja, ich steige jetzt noch ein, weil zu dem, was der Moran noch gesagt hat, also wie gesagt, ich will auch keine Dokumentation über den Typen sehen, aber ich will auch, keine Ahnung, ich will, dass dann so ein Film zumindest irgendeine Message für mich hat. Die hatte ich halt leider nicht und ich gebe zwei von fünf Penissen. Dann, ich gebe drei. Ich fand den gut. Ich fand den so gut, dass es mich einfach, dass mich diese Person interessiert hat und ich habe danach gelesen und so und ich glaube auch tatsächlich, also irgendwie so ein paar Szenen gehen mir gerade ab. Ich glaube, ich gucke den nochmal. Ah, vielleicht ändere ich dann meine Meinung, rufe ich dich direkt an. Das Gespräch bitte aufzeichnen. Ich gebe dreieinhalb Pimmel, weil nur halbe Pimmel sind. Ich wollte noch mal dazu sagen, ich meine, zwei ist ja nicht, ist ja nicht ein kompletter Murks. Also ich fand den Film optisch und schauspielerisch super, das passt schon alles. Mir ist halt, wie gesagt, nur so eine Art, bei so einem Thema hätte ich halt, wie gesagt, gerne so einen entweder satirischen oder kritischen Beigeschmack, der mir halt völlig gefehlt hat. Aber egal, wie gesagt. Also zwei kriege ich ja alleine schon mal Tom Hardy. Genau. Einen kriegt Tom Hardy und einen kriegt der Reffen. Ja, okay. Der Reffen geht jetzt zum Einkaufen. Aber Tom Hardy ist nicht der Garant, dass diese Dinge gut werden. Lasst euch das sagen von jemandem, der Capone gesehen hat. Oh. Ja. Oha. Das ist ganz schlimm. Ich gebe zweieinhalb, weil 0,2 kriegt noch Tom Hardys Penis. 0,2. Damit haben wir auch die Länge des Liedes festgelegt. Genau. Und Kapoti, äh Capone. Ja, okay. Aber kommen wir nicht, wir sind eh schon viel zu weit. Ja. Kommen wir mal von Capone zu anderen Gangstern, würde ich sagen. Genau. Und zwar zu Gangstern, 16, 17 Jahre alt. So, zu Beginn ihrer Gangstrigkeit. Die mit ihrer Mutter noch abklären müssen, ob das alles okay ist. Ja, genau. So, bisschen Bricken, ne? Stu, was hast du denn in deinem Paket? Ich habe euch mitgebracht den Debütfilm von Rian Johnson. Rian Johnson kennt man als Regisseur von Looper, Knives Out und Star Wars Die Letzten Jedi. Den ich übrigens großartig finde. So, das ist er hier erwähnt. Brick ist ein Debütfilm. Ich glaube aus dem Jahre, lass mich lügen, 2005, hat knapp eine halbe Million gekostet und ist im Grunde ein total klassisches Film-Noir-Kriminaldrama mit dem kleinen Zusatz, dass es eben nicht in irgendwelchen New Yorker Hinterhöfen spielt oder in Chicago während der Prohibition, sondern in der damaligen Gegenwart auf einer kalifornischen Highschool. Ihr könnt jetzt alle fünf Punkte geben, wir machen weiter. Unser Brandon, unser Hauptdarsteller, hat ein Problem mit seiner Freundin, denn die ist tot. Genau, genau. Joseph Gordon-Evitt spielt Brandon Fry, einen der coolsten Filmfiguren, die ich je gesehen habe. Er hat immer die Hände in den Jackentaschen. Ja, ja, ich finde großartig. Und der bekommt... Der Film hat so viele Kleinigkeiten, egal. Jetzt lass doch mal Tom Hardys Penis in Ruhe. Kann ich ganz kurz mal unterbrechen, Junge? Ja. Ja. Unten bei mir im Haus ist Lärm, ich müsste ganz kurz mal runtergehen. Bitte schön. Dann warten wir einfach so lange. Lassen wir laufen oder mache ich Pause? Ich würde sagen, lass einfach weiterlaufen. Ich beeile mich. Tschüss. Es tun, Max sind voll gut darin, Pausen zu überbrücken. Ich muss auch mal kurz in den Flur, weil da sind auch gerade Leute laufe. Was hast du für Leute in den Flur? Ach bitte, du gehst jetzt raus, eine rauchen. Sag doch gar nicht. Ich gehe doch nicht raus zum Rauchen. Nee, wir müssen eh wieder ein paar Sponsoring-Sachen aufnehmen. Aber ich finde es ein bisschen... Max, weißt du, was wir länger nicht gemacht haben? Was ich dachte, dass das so eine Art Running Gag ist, der sich so organisch ergibt? Ja, bitteschön. Das ist mir aufgefallen. Und zwar dieses, was wir früher gemacht haben. Diese Ausgabe auf Telehouse wird präsentiert von... Und hat einer von uns beiden immer spontan irgendwas gesagt. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Was jetzt blöd ist, weil wenn wir es jetzt machen, ist es nicht mehr spontan. Naja, aber wir können ja so tun, als wäre es spontan, indem wir Andi einfach bitten, dass er das jetzt wegschneidet. Das macht er doch eh nicht. Ich weiß, dass er es nicht macht. Die faule Sau schneidet nie. Aber egal. Ich weiß gar nicht. Max, wollen wir vielleicht ein bisschen Werbung für unsere Podcasts machen? Ja, wir haben so viele Podcasts jetzt. Eigentlich sind es noch genauso viele wie vor zehn Folgen. Aber egal. Nein, ich meinte, dass wir beide ja uns in ein paar Tagen zusammensetzen, um die Netflix-Dokumentation Fear City zu besprechen. Oh ja, Mensch, da freue ich mich schon drauf. Denn ich meine, es passt jetzt auch ganz gut zu diesem ganzen Brick-Thema. Da geht es ja dann wirklich um echte Gangster. Und wie New York den Beinamen Fear City bekam. Und zwar vier nicht als Zahl, sondern Stadt der Angst. Ja. Und dann haben wir beide auch noch zwei wunderschöne Casts aufgenommen. Einmal zu I Still Believe, der jetzt bald im Kino läuft. Und zu The Secret, also The Secret, der auch bald im Kino läuft. Und da kann ich sagen, ja, war schön. Es kommt jetzt, Stu und Max haben jetzt dann eine Achterbahn der Gefühle. In den nächsten Ausgaben haben wir erstmal The Secret, dann I Still Believe, dann kommt The Climb. Einer, wie wir finden, der besten Filme dieses Jahres. Neben Crip Camp. Ja. Das klaren nach Informationen, die ich eventuell nachher dann rausschneiden könnte. Ja, natürlich. Das wissen wir von dir. Da bin ich wieder. Ja, da ist er wieder. Die heutige... Ich habe noch nie irgendwas geschnitten in diesem Format. Entschuldigung. Naja, nee, nee. Das bleibt jetzt hier einfach drin. Ich meine, wir wissen jetzt, dass Mo ein Haus hat, welches über mindestens zwei Etagen verblüht. Außer mit unten meint er den Keller. Nee, nee. Ich habe eine englische Bulldogger, die gerade im Garten stand und einen Mähdrescher angebellt hat, was um die Uhrzeit nicht so richtig geil kommt. Ja, gut. Es ist jetzt 22.38 Uhr. Ja. Jetzt liegt die Veggie wieder im Bett und schläft. Alles gut. Ja. Wir haben... Wir sindst du gerade so in die Beine gegrätscht, als ich erzählen wollte, warum... Wie... Wie Brandon Fry... Ich muss vorher schon... Ich muss vorher fragen, ob Andi sich wieder auf sein Mikrofon gesetzt hat, weil das klingt gerade so danach. Jetzt habe ich mich runtergesetzt. Klingt Andi nach Arschinneren oder nicht? Ich musste auch kurz meine Nachbarn zurechtweisen. Weil sie wieder homophon gespielt haben. Also, Brandon Fry ist eine der coolsten Personen, die die Filmgeschichte je... Neben Max, Mo und Andi ist Brandon Fry eine der coolsten Personen, die ich jemals gesehen habe. Wobei, ich habe mich ja noch nie gesehen. Egal. Also, worum geht es in Brick? Brandon Fry bekommt einen Anruf von seiner Ex-Geliebten Emily und die scheint in Gefahr zu sein. Und er ermittelt, weil er glaubt, dass Emily damit irgendwie... Ja, mit sinisteren Figuren zu tun hat. Und in der Tat wird wenig später Emileys Leichnamen gefunden. Und das findet Brandon nicht so geil. Und er ermittelt auf eigene Faust, um einem... Ich nenne es mal Syndikat, auf die Spur zu kommen und dieses dann auffliegen zu lassen. Wie gesagt, Film Noir, allerdings spielt es in einer Highschool. Und auch nicht schwarz-weiß. Auch nicht schwarz-weiß. Also, bloß, dass wir jetzt mal alle Klischees mal gleich mal wegtödeln. Mit der Bürste. Ja, ich habe mich am Anfang immer gefragt, warum heißt der Film Brick? Ich habe es damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nach dem Sehen gewusst. Dann habe ich es wieder vergessen, weil ich viele Dinge vergesse, weil ich ein sehr kleines Gehirn habe. Und jetzt weiß ich es wieder. Es ist Heroin. Genau, weil dieses Heroin wird halt so gepresst und so eingepackt. Da sieht es aus wie ein Ziegelstein. Und wie lautet der Begriff Ziegelstein auf Englisch, Handi? Äh, Senf? Genau, Brick Astley. Ich stelle gerade wirklich vor, wie ich durch die Regie wieder von Rian Johnson gehe. Und ganz oben steht Senf. Also, weil hier gerade alle so ein bisschen zögerlich sind, soll ich gleich mal einsteigen hier? Ja, ich weiß nicht, was du vor hast. Ich habe die leichte Befürchtung, dass wir vielleicht jetzt gleich an die Haare gehen werden. Ja, das können wir jetzt nur glücklich machen, weil unsere Headsets sind ja weit auseinander. Und Andi hat keine Haare mehr. Okay. Das stimmt auch. Aber er hat eine Mütze. Haha. Die habe ich aber gerade nicht auch. Nicht? Verdammt. Nein, egal. Nein, aber, ähm, nein, das wird auch der letzte Negativkommentar. Ich habe nur, ähm... Aber so fängt ja immer ein Ball mit dir an. Du sagst immer sowas. Es ist immer das Letzte. Es ist immer das Letzte. Nein, vielleicht muss ich die auch ein bisschen ausholen. Oh, jetzt sehen. Bitte. Fängt so an. Guter Film, guter Film. Schön gemacht und so. Aber bevor wir jetzt den ganzen Film besprechen, weil, wie gesagt, auf eine negative Note geändert, deswegen fange ich jetzt hier gleich wieder meine negativen Note an. Negativen. Brick, 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 brick. Der ganze Bullshit mit irgendwelchen komischen, was man aus dem Trailer gesehen hat. Ich habe mir was ganz anderes so in dem Film vorgestellt, was aber nicht den Film schlechter gemacht hat, sondern im Gegensatz eher besser. Ähm, von wegen, sie hat mir Worte gesagt, die ich nicht verstanden habe. Und irgendwie dieses in meiner Sicht dann in der Mitte ein bisschen zu übertrieben komplexe Detective-Geschichte und so. Ich weiß nicht, ich werde den Bogen später spannen. Okay, aber trotzdem. Du willst damit sagen, dass das... Ich weiß gerade nicht, auf was du hier rausfiffst. Was für Titel... Ich glaube, ich habe es... Warte, warte, warte. Also, was dir an dem Film ein bisschen missfällt, ist, dass er relativ häufig so Slang-Begriffe benutzt. Wie zum Beispiel Brick, wie zum Beispiel Wipin, wie zum Beispiel, dass der Typ Brain heißt. Das werde ich andauernd genannt. Es gibt diese Szene, die in dem Trailer ganz präsent ist, wo es darum geht, diese komischen, mysteriösen Begriffe aufzuklären. Und diese Szene fand ich jetzt im Nachhinein von dem Film relativ unnötig und auch ein bisschen irreführend. Ich weiß nicht. Also, hätte es für mich nicht gebraucht. Ich verstehe schon, warum ich es gemacht habe. Was du meinst. Ich verstehe dich schon seit drei Minuten nicht mehr. Okay. Schade. Entschuldigung. Aber du kritisierst gerade Dinge, ohne sie zu kritisieren. Deswegen kritisiere doch mal irgendwas. Nein, ich finde den Film lustig. Ich finde den Film gut. Ich finde es lustig, dass du so eine relativ einfache Geschichte komplex aufbläst mit irgendwelchen komischen Verstrickungen von Personen und Begriffen und irgendwelchen eben so Spurensuche, so typische Detective Story, die völlig übertrieben komplex sind, die meiner Meinung nach eventuell abschreckend sein könnten. Aber am Schluss, ich habe es ja auch genossen, weil der Film will ja schrullig sein. Deswegen müssen die da schon rein. Deswegen passen die auch ins Gesamtbild. Weil der ganze Film ist so schrullig, dass es dann im Endeffekt wieder zusammenpasst. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen abschreckend sein könnte, weil du die erste Hälfte des Films, die die ganze Zeit denkst, so was macht der Typ da? Was macht die eine Frau im Theater? Was ist mit dem Typen und so? Und der will so schrullig sein. Aber eben diese eine Szene fand ich so bezeichnend dafür, weil eben der ist ja auch der titelgebende Brick. Dann gibt es diese komische Szene von wegen, sie hat mir Begriffe gesagt, die ich nie verstehe. Dann waren da vier Begriffe und keiner weiß, was sie sollen. Und ich habe mich an die Szene gar nicht mehr erinnert, bis ich wieder den Trailer gesehen habe, weil der Film viel mehr ist, als diese komische Begriffssuche da. Ach so, ja. Ja, okay. Das war ein bisschen kompliziert, ist tut mir leid. Ja. Aber das hat man doch auch öfter so bei Film-Noir-Sachen, dass das, also ich fühle mich hier gerade ganz furchtbar erinnert an Motherless Brooklyn, wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, was wollen die von mir? Oh, den Film habe ich noch nicht gesehen, wollte ich noch sehen. Ja, kleiner Spoiler, das ist Mist. Oh nein, oh nein, ich wollte den Film mögen. Ich auch. Ich habe es wirklich auch versucht, aber es ging nicht. Geht's scheiße. Nee, guck mal. Und dann telefonieren wir wieder. Und dann nehmen wir das auch. Mensch, du hast einen Telefonfreund gefunden, Antje. Ich schreibe dir einen Brief, wie ich ihn fange. Kennst du noch das Spiel Traumtelefon? Ja, wollte ich bringen. Ich finde jemanden, der den vorliest. Mach doch eine Brieffreundschaft. Ich wollte jetzt nur irgendwas zu dem Film sagen, weil ihr alle nichts gesagt habt und deswegen kam ich jetzt zuerst. Stu hat gerade vorhin noch die Handlung einfach zusammengefasst. Also was man ganz klar sagen muss, das ist ein Film, den muss man so nehmen, wie er ist, weil er es einem nicht einfach macht. Das ist schon am Anfang schon sehr, fast schon bizarr und seltsam, wenn diese, ich nenne es mal Archetypen des Films Noirs, plötzlich agieren in diesem Highschool-Setting. Und nur weil Brandon Fry ein Schüler ist, heißt das nicht, dass er sich nicht so benimmt wie so ein typischer Privatdetektiv. Also das Einzige, dass er keinen Scotch die ganze Zeit trinkt, das würde noch fehlen. Das war witzig. Ihr habt jetzt keine große Pause gemacht. Ich dachte, ich steige jetzt wieder ein, bevor ihr wieder so lange Pause macht. Aber lasst mich das noch kurz sagen, bevor ich es vergessen. Aber ich habe den Film gesehen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ich fand ihn sehr interessant. Aber trotzdem wurde ich mit zunehmender Lauflänge, war ich eigentlich der Meinung, dass sich am Ende herausstellt, dass dieser Typ, also dieser Brandon, eigentlich ein völliger Soziopath ist und sich alles nur einbildet, weil das so unrealistisch war alles und seine komische, ambitionierte Detektivarbeit so gar nicht in dieses Setting gepasst hat und so. Und ich dachte dann irgendwann so von wegen, irgendwann stellt sich raus, der Typ sitzt halt einfach zu Hause und ist eigentlich der komplette, isolierte Nerd, Soziopath und checkt gar nichts und bildet sich diese ganze Detektiv-Story einfach nur ein. Das hatte ich ganz lange das Gefühl, weil es alles nicht so zusammengepasst hat. Siehst du, wenn Ryan Johnson das gemacht hätte, dann hätte er keine Folgeaufträge mehr bekommen. Ja, genau. Also ich finde halt eben, das Schöne ist, dass er dieses, ich nenne es mal Subgenre, wirklich ernst nimmt. Und auch wenn es total abstrus wirkt, wie gesagt, dieser Cocktail aus Highschool und Film Noir. Und das flößt mir jedes Mal, wenn ich den Koko Respekt ein, weil das musst du erst mal machen. Du musst erst mal wirklich diese Schusper haben und da sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Ja, ich wollte schon wieder vorpreschen, aber die anderen sind schon wieder so still. Mo, erzähl doch mal, wie viel ist der Film? Mo, los, Sub, mein Film, so. Also ich muss sagen, die Idee, das ins Highschool-Milieu zu tun, finde ich gut. Also das fand ich gut. Oh Gott, er macht die DVD hinten drauf. Diese Art von Detektiv-Geschichten muss man halt mögen. Das ist ja hier auch nicht, Veronika Maas gibt es halt auch nicht so für Eye-Candy. Ist halt so. Maas ist so lecker. Aber alles in allem, was war das? Entschuldigung. Ja, ja, nee. Also wir konzentrieren uns hier tatsächlich auf die wichtigen Dinge. Ja. Maas, Penisse. Da merkt man auch schon, ich meine, Rian Johnson hat ja diesen Knives Out auch gemacht, oder? Ja. Ja, genau. Da merkt man diese Liebe für klassische Krimis. Aber ich habe Knives Out noch nicht gesehen. Oh. Aber trotzdem. Man merkt diese Liebe zu klassischen Krimi-Szenerien, aber er wollte halt einen neuen Twist reinbringen. Und es hatte diesen Vibe von diesen klassischen Krimis, wie ich schon gesagt habe. Er läuft rum auf Spurensuche, findet Zettel und muss dann um 9.34 Uhr an irgendeinem Telefon sein und so. Menschen laufen rum. Genau. Und dann muss er zum Telefon und dann muss er zum nächsten einen Hinweis suchen und so. Aber trotzdem, dieses Setting war so absurd, dass ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es halt wirklich alles so ist, wie er sich es vorstellt. Also ich war die ganze Zeit der Meinung, irgendwas passiert jetzt noch, dass es alles nur, keine Ahnung, entweder er sich einbildet in der Clubs oder sonst irgendwas. Das war alles total surreal. Aber ich fand das voll gut eigentlich. Also es ist kein Film, den man sich jetzt vielleicht in einer Fünfergruppe anschauen sollte. Das ist wahr, ja. Wenn man nur zu viert ist. Wenn man nur zu viert ist, genau, das ist eine schlechte Idee. Den muss man sich schon anschauen und Bock haben. Ich fand den Film halt auch sehr gut gemacht. Also Budget habe ich schon wieder vergessen. War auch wenig. Unter einer Million habe ich gehört. Aber auf jeden Fall merkt man da voll. Also was Musik, Schnitt, Kameraeinstellungen. Da hat der halt ohne Scheiß das Top-Ding rausgeholt. Also der hat da glaube ich selber sogar Kamera geführt, habe ich irgendwo gehört oder gelesen. Hat er mir gesagt. Nee, sein Kameramann ist seit dem ersten Film dieser Steve Jettlin. Nee, nee, der hat da selber Kamera geführt. Die Musik hat seinen Bruder Nathan gemacht. Genau. Keine Ahnung, das war jetzt nur geraten. Aber trotzdem fand ich das sehr auffällig. Da gibt es so Überblendungen, die halt gut aussehen. Also optisch war der Film für seine begrenzten Möglichkeiten. Jetzt lasst mir nicht so viel reden, ihr wisst doch, was ich meine. Also auf jeden Fall. Du hörst dich an die auf. Ich bin jetzt still. Also der Film hat wirklich tolle Bilder, das auf jeden Fall. Ist wunderbar komponiert von der Bildsprache her. Aber Max, du hast doch gar nichts gesagt. Nee, ja, danke, dass du mich jetzt hier einführst ins Gespräch. Ich wollte doch sagen. Nein, du bist jetzt ruhig. Also die ersten 15 Minuten, finde ich, bei dem Film sind schon ein bisschen der Wegweiser, ob dir der Film gefällt oder nicht. Wenn du die, ich nenne es jetzt mal überstanden, aber bei mir ist es natürlich nicht negativ gemeint, weil ich den Film gern mag, wenn du die überstanden hast und du bist mehr oder weniger jetzt mit dem Setting vertraut geworden, dann liefert er im Prinzip all das ab, was du von einem Detektivkrimi erwarten kannst. Also du hast eine Geschichte mit einem Geheimnis und dieses Geheimnis soll aufgedeckt werden und dieses Geheimnis führt den Protagonisten dann praktisch in die Keller der Gesellschaft. Finden die das wirklich so klassisch? Ich will jetzt nicht schon wieder reingrätschen, aber findet ihr das wirklich so klassisch? Also ich habe ohne Scheiß erst ab der zweiten, dritten, vierten Hälfte, also dieses Finale, da zieht der Film halt an. Wie viele Hälfte? Wie viele Hälfte? Du hast einen anderen Film gesehen. Also ohne Scheiß, ich fand den Film bis zu drei Viertel einfach nur seltsam und ich wusste immer noch nicht, was mich erwartet. Gegen Ende wusste ich dann, okay, das ist anscheinend wirklich so, wie das passiert ist und das ist jetzt wirklich eine Kreimhandlung. Davon mal abgesehen, am Anfang wird halt seine Freundin getötet. Das ist vielleicht sogar das erste Bild, wo man sieht, dann zehn Minuten später entdeckt er sie dann wirklich tot oder so und es geht eigentlich im Prinzip die ganze Zeit darum, dass er sie sucht. Also von dem her, ja, ist für mich eine klassische Geschichte. Also eine Detektivgeschichte. Ich fand den Film so skurril, dass ich nicht wirklich geglaubt habe, dass alles so passiert ist, was man da so sieht. Ich fand den überhaupt gar nicht so skurril. Ich meine, du hast zwar verschiedene Gruppierungen, die auch ein bisschen auf diese Jugendklischees, auf diese Highschool-Klischees vielleicht ein bisschen zurückgreifen, dass du da so eine Kiffercrew hast und dann hast du, keine Ahnung, so eine Gang und Schlägercrew und Leute. Diese Footballer, die er dann alle zusammenschlägt als voll der Schwächling und voll das Grispaar. Ja, wer weiß, ob er ein Schwächling ist. Vielleicht kann er ja Kraft mal gar, das weiß man ja nicht. Vielleicht sind ja seine, deswegen hat er seine Hände immer in den Taschen, weil die so sauschwer sind. Die sind so unglaublich schwer. Die sind aus Stein, aus Brick. Also, was ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte, um hier aber für mich wirklich den Hauptpunkt, einen der Hauptpositiven Punkte zu erwähnen, ist halt wirklich Joseph Gordon-Levitt, also wieder Brandon Fry. Und ich meinte das wirklich toternst. Ich finde, das ist eine meiner absolut liebsten und coolsten Filmfiguren, die ich kenne. Weil ich mag diese Art, wie er interagiert, wie er taktiert. Auch mit den Fäusten in der Tasche. Und es gibt diese wunderbare Szene, wo er sich halt mit so ein paar Kiffern anlegt und diese Konfrontation wirklich logisch löst, indem er ihn einfach klar sagt, hört mal Leute, ihr habt die ganze Zeit gekifft, ich bin ausgeschlafen. Ihr seid vielleicht zu viert, aber ich mache euch trotzdem platt. Solche Sachen. Oder wenn er dann weiß, er bekommt jetzt auf die Schnauze und dann einfach ganz nonchalant seine Brille so in die Tree packt. Großartig. Also ich feiere, also seit diesem Film liebe ich Joseph Gordon-Levitt. Und er hat auch einen wirklich nicht ganz so tollen Film mitgemacht und auch einen guten Film. Aber für mich ist Brenton Frye seine Paraderolle. Jedes Mal, wenn ich diesen Levitt sehe, muss ich an diesen Film denken. Ich liebe Brenton Frye. Je öfter du das sagst, muss ich an Futurama denken. Ja, ich auch. Ja, ja, das ist natürlich. Shut up and take my money, ja. Er ist ja auch ein Psychopath, kann man schon sagen. Also Soziopath, würde ich sagen. Ja, nee, das Ding ist, dass er ja mehr oder weniger auch eine Vergangenheit hat, die ein bisschen in diesem Milieu zu spielen scheint, in dem er dann später nochmal praktisch, in das er später nochmal zurückkehrt sozusagen. Es ist ja nicht so, dass der jetzt einfach Detektiv oder halt der typische Schüler mit Brille, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als der Rest, dann auf einmal in eine ihm völlig unbekannte Welt irgendwie eintaucht, sondern der hat ja da anscheinend auch ein bisschen einen Namen. Und ich weiß gar nicht, auf was ich raus wollte, aber ich bin ja einfach mal dazwischen gecrancht. Nee, nee, ich weiß schon, was du meinst, weil es gibt ja diesen Fall, den er anscheinend schon mal, also er hat ja schon mal jemanden ausgeliefert, dem Direktor und so. Aber ich fand das einfach so strange alles, dass dieser Typ in diesem normalen Vorstadt-Highschool-Setting dann seinen Kumpel sagt so, okay, wir atmen jetzt wieder zusammen. Wo ist das Handy von deiner Mutter? Und wir brauchen das Auto von deiner Mutter und so. Und ich dachte, die spielen halt einfach nur Detektive und alles ist irgendwie so mehr oder weniger eingebildet. Ich meine, okay, du hast diese Tote gesehen, aber dass das wirklich so war, habe ich halt irgendwie nicht geglaubt, weil dieses komische Setting für mich so absurd war, auch wo diese Drogendealer dann in der Küche von der Mutter Frosties essen. Das ist so scheiße. Und die ganze Zeit nur darum geht so, von wegen, das Handy von deiner Mutter. Ah, ich konnte nicht zurückrufen, weil meine Mutter wollte das Handy zurückhaben. Oder das Auto von meiner Mutter und so. Und deswegen, ich habe echt irgendwie drauf gewartet, dass es am Schluss so einen Twist gibt, so von wegen so, die sitzen alle in ihren Kinderzimmern und spielen. Ja, aber das ist ja eigentlich im Grunde genommen wirklich der, nee, nee, das ist ja eigentlich im Grunde genommen wirklich genau der Beweis dafür, dass Rian Johnson ja dieses Setting dann komplett ernst nimmt. Ich finde es auch gut. Ja, genau, weil er es halt dann konsequent durchsetzt, dass er sagt, okay, aus der Sicht eines 17-Jährigen, wie wäre die Situation? Die haben kein Geld, da geht es ja dann auch nicht um riesige Beträge, da geht es, glaube ich, um 600 Dollar am Ende oder so. Was ich halt auch toll finde, ist, dass er durch diese Mischung, die er da macht, von diesem Kriminalplot und dieser Highschool, finde ich, baut er da auch so eine ganz seltsame Zwischenwelt. Es gibt ja auch diese Szenen, wo Brandon dann ermittelt und es in dieser Theatergruppe ist, da siehst du diese Kara, die sich dann so, ich nenne es mal Lustsklaven hält oder so. Herrlich. Und das Schöne ist, dass er da auch dir einiges zeigt, aber auch viel im Dunkeln lässt. Das fand ich auch sehr spannend. Ich finde, dieser Film hat, nicht nur wegen seiner Kriminalhandlung, aber da wabert immer noch so der Hauch von Mystery mit, finde ich. Genau, das Witzige war, ich habe irgendwie, glaube ich, auch nachdem ich den Film gesehen habe, nochmal Movie Break, geil, den Movie Break gelesen und dann habe ich so gelesen, ich habe den Film jetzt zu Ende dann schon geschaut und ich wusste, worauf es hinausläuft und dass der Film am Ende doch ernst ist und dann geht es ja wirklich darum, dass du diese Leute überführst, die wirklich Leute getötet haben und wirklich Drogengeschäfte gemacht haben und so. Aber ich hatte bei dem Film, ich fand ihn gut, ich fand ihn Hammer eigentlich. Wie gesagt, was Kameraarbeit und Suspense und so angeht, ich fand ihn teilweise ein bisschen zu strange, dass ich nicht genau wusste, was will der von mir gerade hier irgendwie. Ich finde es gerade zu absurd, ich kann das nicht so richtig abkaufen und so, aber ich habe bei dem Film nie, ich habe das schon als Hommage verstanden an klassische Krimis, Film Noir, keine Ahnung, da läuft so ein Typ rum, der will was aufdecken, dritter Mann oder so, keine Ahnung, voll gut eigentlich. Aber trotzdem dachte ich immer, das wäre so eine Kinderfilm-Variante von dem. Die drei Fragen. Und deswegen in dieser Kritik stand so von wegen, er zieht einen immer weiter in die Abgründe und so und ich dachte mir so, what? Also ich glaube ganz ehrlich, bei Brick ist es so, diese Lehre, das, was jede Pornodachsteller gesagt bekommt beim ersten Tag, das musst du schlucken. Du musst es so hinnehmen, wie es ist. Du darfst nicht darauf spekulieren, ist das als Witz gemeint, es kommt ja jetzt dieser große Twist. Nein, du musst wirklich es in Anführungszeichen ernst nehmen. Du musst einfach hinnehmen, dass das ganze Setting, was du von alten, abgehalfterten, Whisky-trinkenden Pennern im Trenchcoat kennst, dass das jetzt eben auf die Community von jungen Leuten ist und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt heute auf den Schulhof gehen würden oder sowas, da würden wir auch denken, wir sind in einer anderen Welt. Ja, ja klar, die hören alle Trap und Bushido, nee, wie heißt der, Capital Bra, Bra, Bra. Da können wir nicht mitreden, wir vier. An Slang begriffen und sowas wird es denen auch nicht mangeln und deswegen ist das genauso, wie Stu hier auch sehr vehement verteidigt. Du musst dich einfach darauf einlassen, dass hier ist alles neu, alles umgedreht, die haben eben keinen Trenchcoat, sondern die haben Slacks an, die fahren Skateboard, die reden komisch, die benehmen sich komisch, aber der ganze Noir-Teil ist halt ganz straight, der ist richtig straight durcherzählt, von Anfang bis Ende, bis zum miserablen, traurigen, erschütternden, tragischen Ende. Kommt sogar eine femme fatale vor. Femme fatale, ja. Hey, verstehe mich nicht falsch, ich fand den Film großartig und ich finde auch diese, diese ganzen Verstrickungen und so total witzig und vor allem finde ich es halt das Großartigste, dann im Film fand ich halt, dass es dann halt eben, was ich halt eben bei dieser Kritik nicht so richtig verstanden habe, weil so großartig wie ich finde, finde ich es trotzdem eine kleine Persiflage darauf, weil es halt, wenn du dann so Szenen hast, wenn sich dann der große Gangsterboss mit seinem komischen G-Stock, wo so eine goldene Gans draufhängt und so, vor seiner Mutter mit dem Müsli irgendwie rechtfertigen muss und so, ich finde es super, ich fand den Film ohne Scheiß super gut, es war spannend natürlich irgendwie, aber ich fand nur in der Mitte, dass sie es ein bisschen übertrieben haben mit diesem Mystery-Ding, also ein bisschen mit diesem komischen Geheimnis und ich weiß nicht, es stört mich nicht so richtig, weil am Ende macht es schon alles Sinn und das ist auch gut gemacht, es schmälert nur eventuell die Erstsichtung, wenn du die erste Hälfte des Films nicht so richtig weißt, worauf du dich einstellen sollst. Vielleicht, also ohne das Böse zu meinen, aber vielleicht wirkte der Film für dich stellenweise so komisch, es gab auch Szenen, ich glaube, die waren gewollt auch komisch oder als passiflage gemeint, aber es ist ja oft so, dass man, das erlebt man vor allem oft in Horrorfilmen, wenn ein Film irritiert, dass man ganz oft mit Lachen drauf reagiert und ich könnte mir schon vorstellen, dass Brick auch wirklich viele Leute irritiert. Verstehst du, was ich meine? Der Film ist doch, der Film ist aber, also du kannst nicht mir verzählen, dass der Film ernsthaft ist. Der ist ernsthaft, also der hat, alle diese Szene, diese Prügel auf dem Parkplatz. Der hat Momente, der hat Momente, der hat Momente wirklich, da will er auch komisch sein und da ist er auch komisch. Ja, ja, eben, das meine ich. Aber er ist nicht durchgängig als komischer Film konstipiert, auf gar keinen Fall. Der ist ernst gemeint und das finde ich großartig. Der ist definitiv ernst gemeint, ja. Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht als Film-Noir-Spoof bezeichnen oder so, aber durch dieses ganze Charakterzeichnung und so finde ich ihn doch eher witzig. Ja, ich meine, gut, sagen wir es mal so, der Brain hat vielleicht zwei Dioptränen, Brillenstärke zu viel und der ein oder andere, der ein oder andere coole Spruch ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Der Kiffer ist witzig, der Schläger ist witzig, diese Mutterseelen sind witzig, wie der Typ die ganze Zeit zusammengekloppt wird und immer wieder aufsteht, das ist witzig. Nee, sorry, bin ich nicht bei dir. Was? Also es tut mir leid, also mir kommt es so vor und jetzt spiele ich mal den Psychologen, dass du einfach von dem Film irritiert warst, was ja nicht schlimm ist und ich finde es ja auch okay, wenn du sagst, okay, du findest den Film witzig, aber das ist eine Leseart, die mir wirklich, und ich habe den Film ja schon öfters geguckt, wirklich absolut fernlegt. Also komm. Was ich wiederum ganz spannend finde. Diese Schlägereiszenen auf dem Pausenhof oder so, die sind ja Slapstick. Nee, gar nicht. Natürlich. Nee. Allein schon das Sounddesign ist Slapstick. Nee, also Andi... Gut, das Sounddesign, das ist halt, weil der Film eine halbe Million gekostet hat. Also, Herr Pawlitzki, jetzt wäre sie zu Slapstick. Also ganz ehrlich. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie so boing irgendwie ist. Naja, trotzdem. Aber diese Stehaufmännchen-Szenen, die fand ich schon sehr witzig. Honka, honka. Okay. Ich würde mal ganz... Wir haben ja hier schon ausgiebig diskutiert, vor allem der doofe Andi und ich. Und bei Max habe ich jetzt auch schon so rausgehört, dass wir den Film fand, aber unser Ehrengast... Ja. Er ist nur noch ganz perplex von dem, wie viel Rage ihr in euch habt. Es tut mir leid, weil Rick ist halt wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ich verstehe das. Ich habe nie gesagt, dass ich ihn schlecht finde. Ich sehe nur anders als Sue, liebe Sue. Ja, du siehst ihn falsch. Jetzt hat die Klappe, lass die Mo reden. Oh Gott. Ich kann tatsächlich... Ihr passt mal auf. Jetzt kommt mal hier der ehemalige Zivildienstmitarbeiter. Ach nein, er macht Diplomatie. Ach, scheiße. Kommen wir jetzt zum Fazit. So, Fazit. Sechs von 24. Nee, ich kann das schon verstehen. Beide Seiten. Ich... Jetzt ist hier mal Ruhe. Ich bin der Älteste, jetzt haltet ihr mal einen Sappel. Okay, wer kann mal auf die doofe Idee, Mo einzuladen? Ich glaube, das warst du, Sue. Scheiße. Deine Mutter. Nee, bitte, Mo, mach das, sorry. Also, ich finde, was er macht, macht er gut. Er nimmt dieses Thema und das habe ich nicht erwartet, dass er das auf dieses Niveau bringt, sprich Schule. Sind die Charaktere zum Großteil überzeichnet? Ja, weil das so sein soll. Danke. Also, ich bin wieder... Ich nehme den letzten Film, den ich wirklich am ehesten damit vergleichen kann, ist so Motherless Brooklyn, weil das ist genau das Gegenteil von dem hier. Das ist auch ein Film-Noir und der nimmt sich 100% 1000 Milliarden Mal ernster und ist eine absolute Klogurke. Hier bei Brick habe ich das überhaupt nicht, weil mich die ganze Zeit irgendwas überrascht. Ich finde auch und ich glaube das auch, dass wenn ich ein Pimp wäre mit 17, wenn ich hier die Drogen, der Drogenbaron wäre in meiner Nachbarstab, wo ich, weißt du, am Wochenende verteile ich Zeitung und nachts gebe ich denen allen Coke, so nach dem Motto, dann kann ich, glaube ich auch, dass die alle so ein bisschen einen weg haben, dass die alle auch so ein bisschen schräg dann eben drauf sind. Aber ich, nach wie vor, ich denke, das ist dieses alte Film-Noir mit durchgeknallten Typen, mit abgehalfterten Typen einfach draufgepresst auf die jungen Leute, um dich ständig daran zu erinnern, dass das keine Rolle spielt, wer das hier macht, sondern es geht um diese, diese, diese Cook-Art, Neo-Noir-Film. Und ich mag das, ich mochte das. Ist das schon das Fazit? Dann kannst du gleich eine Punktewertung hinten dran klatschen und dann machen wir das alle. Ja. Drei von Fünf Dubis. Okay. Ich gebe Fünf von Fünf Dubis. Ich möchte mich in aller Form bei Andy entschuldigen, wenn ich ihm so hart angegangen bin. Aber er hat das Scheiße erzählt. Also Fünf von Fünf. Also ich gebe den Film mir auch. 3,5 bis 4, weil ich mochte ihn sehr gerne, aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass der Film sich komplett ernst nimmt. Natürlich sind es ernste Themen, wo ich halt, wie gesagt, durchgängig nicht wusste, wie ernst das gemeint ist, weil ich durch dieses schräge Setting und diese schrägen Charaktere immer nicht wusste, wie real das alles ist. Wo sich dann rausgestellt hat, dass das alles real ist, dachte ich mir auch so, okay, dann ist es wohl real. Trotzdem finde ich es lustig, dass die Mutti oben noch Müsli macht und deswegen musste ich lachen. Aber ich fand den Film großartig und ich gebe ihm 3,7 von Fünf Bricks. Also vier. Gut. Vier gebe ich auch, weil er ein geiles Drehbuch hat. Honka, Honka. Honka. Was ich auch noch gut fand, die Dialoge sind so messerscharf, aber halt auch so unrealistisch, weil eben dieser komische Brandon, ich dachte zuerst, das wäre so ein Stalker-Psychopath. Ja, schau mal, Dawson's Creek. Der sein, kenne ich nicht, aber der seine, der seine verflossene Flamme eventuell nicht, nicht loswerden will oder so und deswegen steigert er sich in eine Sache rein, die gar nicht real passiert ist. Also der spinnt halt völlig und ist ein krasser Autist und so, aber ich fand es dann mega witzig, wie er später die Leute rumkommandiert und so und deswegen, ich habe immer noch ein bisschen gehofft, dass es nicht real ist, weil er sich zu kompetent verhält für seine Position, aber ich fand es lustig. Also er ist ein guter Charakter, ein lustiger Charakter, wie er dann alles plant und wie er immer drüber steht und dann schlägt er noch den Football-Champion zusammen. Er steckt viel ein. Ich fand es halt einfach so übertrieben und witzig, wie der dargestellt wird. Also wird tausendmal niedergeschlagen, aber es stört ihn nicht und so und ich fand das alles so übertrieben und deswegen konnte ich den Film, Entschuldigung Stu, nicht ernst nehmen, ist nicht die richtige Formulierung, aber es war einfach so übertrieben komisch, dass ich den Film jetzt nicht hundertprozentig ernst nehmen konnte, aber im Gesamtbild fand ich ihn großartig. Super Film, danke. Super. Kommen wir zum nächsten Gute-Laune-Kracher. Menschen im Wald und Leute, die sich gegen eine Wand stellen. Redest du hier das Ende? Nein, wir sind ein Spoiler-Format. Da muss man das so machen. Nee, ich würde jetzt gern eine Sache, da würde ich eh immer so einen kleinen Faden, das Blair Witch Project. Das war ja damals, 99, als es rauskam, tatsächlich eine Neuerung. Also mir wird jetzt niemand erzählen, dass er da nicht im Kino irgendwie war und das erste Mal den Trailer gesehen hat und hat sich gefragt, was ist das? Also, um da mal ganz kurz klug zu schreiten, es wirkte damals wie der erste Film seiner Art, aber eigentlich gab es davor schon einen Film, der auch recht bekannt ist, nämlich Cannibal Holocaust, der in ähnliche Richtungen trifft. Aber nur mal hier erwähnt. Ja, nee. Aber ich wollte nur ganz kurz, damit ich dann Mo das Wort geben kann, ich kann mich noch daran erinnern, 18 Jahre alt und dann bin ich so in dem Kino und sehe den Trailer, bin sehr überrascht und schaue mir dann zwei oder drei Wochen später den Film an und tatsächlich ist das der einzige Found-Footage-Film, den ich wirklich sehr gern mag. Und ich weiß nicht, wieso ich diese Einleitung gewählt habe, aber Mo, erzähl doch mal. Mo, jetzt knall einmal richtig einen raus. Ja. Hau mal drauf. Blair Witch Project. Also, es würde mich jetzt tatsächlich auch echt freuen, wenn irgendeine arme, verirrte Seele diesen Podcast sich angehört hat. Bis jetzt, warte mal, wir sind, wo sind wir hier? Bei? Knapp zwei Stunden. Wir sind eine Stunde 59, genau. Jetzt quasi das erste Mal von Blair Witch hört und hinterher dann losgeht und sich den anguckt. Das wäre, das wäre quasi mein Traumziel. Also, wenn das passiert, dann hinterlasst einen Kommentar. Wenn nicht, dann nicht. Aber welcher Idiot wäre das? Ich meine, wer hat bitte noch nichts von Blair Witch gehört? Ich glaube, also, die Art Horrorfilme, die jetzt ja, mit denen du ja jetzt zugeschissen wirst, jedes Jahr, sind wieder komplett anders, als das hier war. Es gab eine Zeit lang. Natürlich gibt es Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen horroraffin ist, hat schon mit dem Titel gehört. Selbst meine Mutter hat diesen Titel schon mal gehört. Dürfen wir uns kurz noch mal darauf eingehen? ich meine, der Mo ist ja unser Special Guest und du hast, glaube ich, den Mo eingeladen und dann hast du ihm das Thema gesagt und es war dann deine erste Wahl oder wie war das, wie war jetzt deine Verbindung zu dem Film? Hast du gedacht, der ist einfach nur billig oder hast du gedacht, das ist einer meiner Lieblingsfilme? Beides. Ja, also, ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil, weil alles. Nee, weil, dieses eine Million Ding, das wusste ich halt sofort aus dem Bauch, das hat der niemals gekostet. Ich wusste nicht, wie viel es war am Ende und sowas. Gibt es auch unterschiedliche Zahlen, aber er ist unter einer Million. Aber ich weiß halt, was der für einen Impact hat und ich, das hat mich so gereizt. Das finde ich gut. Also, meine zweite Wahl wäre halt wirklich tatsächlich Paranormal Activity gewesen, der nochmal deutlich billiger war und auch einen immensen Impact hatte und mich sogar zum Teil noch mehr gegruselt hat. Aber kann man das als Abklatsch von Blair Witch bezeichnen? Nee, nee, finde ich nicht. Nee, 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 gar nicht. Also bei, bei, ähm, Meinst du, es hätte Paranormal Activity gegeben, wenn es nicht Blair Witch Project gegeben hätte? Nee, nee, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, es hätte eine ganze Handvoll Filme nicht gegeben, ohne diesen Erfolg. Das Ding hat, äh, ja, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Zahlen, irgendwas zwischen 35.000 und 60.000 Dollar und in der Postproduktion nachher bis zu 750.000. Solche Zahlen werden da, also alles unter eine Million und hat 250 Millionen eingespielt als sogenannter Sleeper Hit. Das heißt, der hat sich über Jahre aufgebaut und jetzt gibt es ja quasi ein Universum, weitere Filme, es gibt Comics, es gibt Romane, es gibt ein Videogame und das Ding wird immer noch zitiert, weil auch die Machart, äh, von diesem Daniel Mirrick und dem, äh, Eduardo Sanchez, äh, auch so richtig, äh, ein bisschen Link war und für mich das Promo-Paket, was sie da abgefeuert haben, ist einfach genial. Man muss sich vorstellen, 1999, die haben wenig Geld auf der Naht, dann kommen die mit diesem Projekt um die Ecke, in dem es darum geht, dass drei Studenten in den Wald fahren, um einer alten Legende, einer alten Hexenlegende auf die Schliche zu kommen. Und das jetzt mal so als Story, das muss jetzt mal ganz kurz lang, weil der eigentliche Gag ist ja, dass sie die ganze Zeit von Anfang an so tun, als wäre das tatsächlich passiert. Auch eine Webseite später bauen, die mit Fake-Interviews, mit Fake-Fotos darauf hindeutet, dass es wirklich passiert, wir haben hier was. Und das ging ja so weit, dass bei der, äh, Premiere in dem Promopaket Wer spielt hier mit? Stand hinter den Darstellernamen in Klammern vermisst oder tot. Es war ein krasser Marketing-Gag, auf jeden Fall. Ja, und, und das, ähm, jetzt hast du den geguckt, danach hast du dich dann schlau gelesen, hast das alles erfahren und fandst das nochmal geiler. Ich fand aber auch tatsächlich diese Machart, ich hab sowas noch nicht gesehen. Ich kenn jetzt auch tatsächlich Nackt und Zerfleisch nicht. Also Cannibal Holocaust kenn ich nicht. Kann ich also auch wirklich nicht vergleichen, wie viel haben die Ähnlichkeit, ähm, hat der eine was, ich glaube schon, also wenn du generell über Horror redest, dann werden die beiden Typen, die das hier gemacht haben, die werden den kennen und sicherlich auch ein bisschen eine Anleihe sich da genommen haben. Kann sein. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich hab, ich finde das Ganze ist so clever und halt eben auch tatsächlich, ich hab Schiss vor, ich nenn das immer so, ähm, geerdeten Grusel. Weißt du? Also wenn ich das, wenn ich, wenn du im Wald stehst und du hörst irgendwas und du kannst nichts sehen, da hast du einen Klops in der Hose. Wenn ich im Wald stehe und da kommt einer mit einer Kettensäge auf mich zu, weiß ich nicht so genau, wie ich mich da fühlen würde, würde ich wahrscheinlich wissen, dass ich laufen muss. Ah, der Herr Förster. Aber deswegen zum Beispiel diese Szene in dem Film, wo die dann abends in ihrem Zelt liegen und hören Babyschreie im Wald, wo keine Babys sein können, das finde ich so creepy. Das ist so, ja, ich hab den Film jetzt gestern seit 15 Jahren mal wieder gesehen und du denkst die ganze Zeit, wo sie dann diese Kamera, diese Nachtsichtkamera, du siehst immer nur so ein paar Blätter, ein bisschen Boden und so, da war das schon fast die ganze Zeit, dass dann irgendwann mal so eine hässliche Fratze auftaucht oder irgendein Scheißdreck, irgendein Schockeffekt oder so. Aber dadurch, dass das nicht passiert, wie du schon gesagt hast, ist es so viel gruseliger und das hab ich auch bei der Zweitsichtung jetzt seit, wie gesagt, 15 Jahren oder so mal wieder ziemlich gefeiert, ehrlich gesagt, weil es wirkt dann halt realer und ein bisschen gruseliger, weil ich bin dann mal zwischendurch aufs Klo gegangen und hab dann in meinem Bad auch gedacht, da steht einer in der Ecke oder so, in der Badewanne, da steht da so ein Typ oder irgendwie, keine Ahnung, und das ist viel gruseliger, als wenn ich mir denk, da kommt jetzt irgendwie so ein komisches Kind mit Bart oder wie wie aus dem Fernseher kommt dann da irgendwie so ein Zombie aus dem Fernseher oder so. Aber dieses, was du nicht siehst, sind ja kleine, dieses Horror-Genre lebt ja davon, von dem, was du nicht siehst, was du im Kopf hast eben, was du dir vorstellst, was da gleich passiert, was da rauskommt, ist ja immer viel gruseliger, als was du dann wirklich siehst. Deswegen, das macht der Film super genial und der Film, deswegen funktioniert der heute immer noch, weil er halt eben damals schon nicht auf diese blöden Schockeffekten aufgerissenen Auge mit Mund und Blutfontäne und sonst was in der Nacht, sondern du siehst nichts die ganze Zeit. Deswegen, deswegen denke ich auch, wenn jetzt irgendwelche normal Horror-Gucker, die erwarten einfach Scarejumps die ganze Zeit. Ich weiß, ich erinnere mich daran, als S kam und S2 draus kam, was viele bemängelt haben in Kommentaren, weil halt immer, der hatte hier nur sechs Scarejumps oder so. Dann sitzen die da schon und zählen. Wo ich dann sage, guck mal, der hier, der hat eigentlich, der hat gar keinen, der hat nicht einen einzigen Scarejump, sondern der hat einfach Scare. Du stehst, weißt du, du bist im Wald, du weißt nicht mehr, wo du bist, du machst das Zelt auf und am Abend sah es so und so aus und am nächsten Morgen stehst du draußen und da sind dann plötzlich quasi drei Gräber gebuddelt worden für dich. Also diese Steinhaufen von denen sie ja wissen, das sind Gräber-Imitate. Genau, zuerst waren es sieben, wie die sieben Kinder und dann sind noch drei um ihr Zelt gebaut und so, so Kleinigkeiten, wo du dann immer denkst, also die Connection knüpfst und so, denkst die ganze Zeit so, okay, jetzt spitzt sich die Lage zu. Du siehst es denen halt auch an, weil die Typen waren ja richtig, das sind ja makabre Arschgeigen gewesen, die beiden. Die haben ja tatsächlich, die, es gab kaum ein Skript, es gab grobe Anleitungen, wo sie hinzugehen haben, dafür hatten sie auch ein GPS-Gerät, aber sie wussten, und sie wussten halt eben auch, heute trefft ihr auf zwei Leute, denen stellt ihr folgende Frage, sie wussten aber nicht, was kommt dann zurück, sodass immer so dieses Element of Surprise bleibt. Und jeden Tag haben sie Essen für den Tag bekommen und die beiden Typen haben das nach und nach einfach verringert. Sie hatten weniger zu essen, sie hatten weniger zu trinken und sie haben sie nachts nicht pennen lassen, sodass die Augen, das Abgenutzte, das wir sind total fertig, was die da im Film haben, das ist halt real, dass die, die haben da wirklich nicht pennen können, weil die nachts da Terror gemacht haben. Ich habe jetzt, wo ich den Film wieder gesehen habe, habe ich auch kurz mal irgendwie gedacht, abgesehen von dieser ganzen Mystery-Scheiße, trotzdem auch voll der gute Film wäre irgendwie einfach über Leute, die nicht mehr aus dem Wald kommen, aber trotzdem finde ich es so großartig gespielt, weil es sind die schlechteste Ideen für den Film wäre natürlich gewesen, wenn du da irgendwie Johnny Depp castest oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Johnny Depp als Heather. Genau. Allein wie sich diese Panik weiter ausbreitet, also von wegen, wir kommen hier nicht mehr raus und wie sie sich dann gegeneinander stellen, also wie es dann halt heißt so, hey, du blöde Sau, hast die Karte verloren und du bist doch schuld und das habe ich alles vergessen. Wie gesagt, ich dachte damals, wo ich ihn jetzt wieder schauen wollte, ich wusste noch, da steht irgendwann jemand in der Ecke und es ist gruselig und da hängen irgendwelche Sachen im Wald. Aber dieses psychologische, wie sie durchdrehen, weil sie nicht mehr aus dem Wald rauskommen, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen verdrängt, aber das fand ich großartig beim Wiederschauen jetzt. Weil sich das auch nicht abnutzt durch die ganzen Jahre. Das ist ja genau das, was es halt eben so perfide macht. Genau. Weil wir waren alle schon mal im Wald, wir waren alle schon mal zelten und also ich für meinen Teil habe mich schon mehrfach im Wald auch verlaufen. Eine meiner blödesten Ideen war übrigens mal, mit meinem Hund spazieren zu gehen und dabei alte Neon-Grusel-Hörspiele zu hören, also Dracula trifft Frankenstein, die Zeit total zu vergessen und ich laufe dann nachts in totaler Schwärze am Kanal und dann fängt mein Hund plötzlich an zu knurren und du siehst gar nichts. Also den Klops, den ich mir in die Hose gemacht habe, könnt ihr euch in Größe und Form gar nicht vorstellen. Und das ist hier Blair Witch die ganze Zeit. Ja, das macht aber so gute Horrorfilme aus. Ich meine, Descent zum Beispiel, kennt ihr auch alle, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann diese komischenden Alien-Monsterviecher kommen, ist auch gut. Aber trotzdem finde ich diese Verzweiflung, dass du in einer Höhle bist und irgendwann nicht mehr weißt, wie du rauskommst und wenn die Leute das noch gut spielen, das finde ich viel gruseliger, als wenn die die ganze Zeit irgendwelche komischen, super creepy Typen auf den Kopf hauen oder so. Ja, im Grunde ist das ja wie Open Water. Du könntest Open Water im Wald machen. Genau. Dieses Verlorensein und was ich halt auch noch ganz cool finde, dieses Gegeneinander dann. Also wenn du zu dritt im Wald bist und dann sagst du so, fuck, du bist schuld, dass wir jetzt hier sind und wie sie sich dann so gegeneinander aufhetzen und dann finde ich es aber auch sehr schön, wie der eine dann immer noch versucht, so ein bisschen den Streit zu glätten und so. Also es ist sehr menschlich einfach irgendwie. Ja, und diese Angst ist ja halt so menschlich, weil du, das ist etwas ganz Gewöhnliches. Wir empfinden ja, ein Wald ist ja was ganz Gewöhnliches. Da gehst du halt rein und du kannst dir ja nicht vorstellen, also du gehst ja nicht mit der Prämisse rein, ich verlaufe mich hier, ich werfe die Karte irgendwann weg. Ich meine, hallo, der schmeißt die einzige Karte, die sie haben, irgendwann weg und bezahlt natürlich auch bitter dafür und diese ganzen kleinen Sachen mit den Steingräbern, mit den Figurien, die sie da im Baum finden, diese Teile und sowas. Ey, ich gehe heute noch in den Wald spazieren und wir haben hier bei uns wirklich in der Heide Leute, die machen so ein bisschen Kunst im Wald und dann gehst du eines Tages spazieren und dann hängen da halt Baumscheiben, die bemalt sind, im Wald. Sofort hast du diesen Film, der jetzt 20 Jahre auf dem Buckel hat, 21 Jahre auf dem Buckel hat, sofort wieder im Kopf. Er reißt sie alle hier runter. Nein! Nein, nicht berühren, nicht berühren. Die Hexe. Bloß nicht berühren, bloß nicht wahrnehmen. Immer ganz gefährlich, ja. Nee, ich fand also, und ich fand auch das Ende gut, es gab ja vier verschiedene Enden, weil das erste, als sie das erste mal so eine Testvorführung gemacht haben, da waren die Leute halt, die sind aus dem Kino gekommen und waren tatsächlich schockiert, weil der eine oder andere, wenn du an der Stelle blingelst mit den Augen, dann hast du es nicht so richtig mitgekriegt und die anderen haben gesagt, da fehlt mir was oder, aber die Grundaussage war eigentlich immer, das fand ich jetzt ganz, ganz schlimm, weil ich weiß ja gar nicht, was jetzt passiert und das ist ja genau das, was die ganze Zeit diesen Film so creepy macht. Großartig. Und ich fand das Ende großartig. Also, die letzte Szene oder das letzte Bild gehörten mit zu den ikonischsten Einstellungen des Horrorgenres. Also, da ist es ganz klar. Das ist auch die Einstellung, die ich mit am gruseligsten finde, weil es ist halt der Moment, wo dir klar wird, okay, da ist jetzt diese Präsenz anwesend. Ja, und zwar wirklich anwesend. Und gerade dann, man kennt es ja so bei Horrorfilmen, sei es jetzt der Weiße Hai oder irgendwelche anderen Spukgeschichten, wie jetzt Annabelle oder den Nann, dass dieses Böse, diese Kreatur dann gezeigt wird. Und das machen sie ja gar nicht. Und das spornt ja nur noch mehr deine Fantasie an. Und das ist so der Höhepunkt dieses, dass der Horror eigentlich nicht auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm passiert, sondern halt oben bei dir im Kopf. Ja genau, und vor allem das Geniale ist ja auch, dass sie es vorher in so einer unglaublich nebensächlichen Geschichte von so einem Dorfbewohner erwähnen, so von wegen, ja, die hat dann immer den einen in die Ecke gestellt, weil er gedacht hat, so von wegen, er kann das nicht ertragen, dass der jemand zuschaut, während er die Leute umbringt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer da genau gemeint war, aber diese Geschichte wird ja vorher schon mal gestreut, aber in so einer völligen Nebensächlichkeit, dass diese Geschichte des Kindes muss immer in der Ecke stehen. Und dass das dann am Schluss so gezeigt wird, voll genial. Also das ist wirklich krass. Und das ist halt, wirklich auch zum Ende, es kann ja alles sein. Es kann irgendeine Entity sein, irgendein böser Geist, es kann irgendwas, oder ist es tatsächlich der Massenmörder. Irgendwas. Oder ist es eben dieser Kindermörder da, ganz genau. Nachahmer von einem Kindermörder, egal was, du weißt es nicht. Das habe ich vorher, glaube ich, gar nicht zu Ende erzählt, aber wo dann diese Geschichte kam, da gab es dann diese Erklärung, dass es so ein Kindermörder war, der dann die da, die sieben Kinder irgendwie getötet hätte und so. What? Rothstein Park. Genau, genau, aber diese Lesart habe ich dann irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das könnte natürlich auch sein, aber darum scherzt sich der Film gar nicht. Das wird dir halt eben auch, genau, weil das wird dir unterschwellig, wie so vieles, wird dir das unterschwellig gesagt. Es gibt eine ganz normale Erklärung dafür, dass hier Kinder umgekommen sind, ermordet wurden, eben durch diesen Rothstein Park, aber wir glauben natürlich, dass hier irgendwas Mystisches im Gang ist. Hier gibt es eine Hexe, hier passieren komische Dinger, aber es könnten halt tatsächlich einfach dass laut dieser Legende ist es doch so, dass die Hexe diesen Rothstein Park irgendwie doch manipuliert haben soll, dass er die Kinder umbringt, oder? Ja, ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen. Also ich dachte immer, es gibt diese beiden Varianten, dass der... Also ich habe mir jetzt vor vier oder fünf Tagen geguckt und ich meine mich zu erinnern, dass gesagt wird, dass diese Hexe diesen Rothstein Park wohl heimgesucht haben soll, ihn manipuliert haben soll oder in ihn gefahren ist, dass er diese Kinder umbringt, aber ich kann mich jetzt auch irren, also... Ja, aber wie wir ja gesagt haben, am Ende wissen wir sowieso nicht, wer es war, weil wir sehen ja keinen. Was wir sehen, beziehungsweise nicht sehen, ist ja, er steht in der Ecke, es gibt einen auf dem Kopf und die Kamera fällt runter und du weißt genau, was das heißt, weil du hast ja aufgepasst bis dahin und das finde ich ist so creepy. Also ich lese hier gerade die Biografie von Rustin Park, es gibt nämlich immer noch Webseiten, die hier den Kult wunderbar aufrechterhalten, natürlich nicht mehr so großartig wie damals, aber es gibt ganze Biografien nachzulesen von den ganzen Leuten, also wer da Bock drauf hat, guckt euch den Film an und dann geht nochmal online. Man muss das nochmal einmal ganz kurz erzählen, in dem Jahr, in dem ersten Jahr der Veröffentlichung wurde wirklich ganz stringent weiter gestreut, dass die drei Leute tatsächlich vermisst sind, dass sie, die wurden, es wurden Fahndungsfotos gemacht, gefakte natürlich, es wurde diese Webseite ständig gespickt mit neuen Interviews mit angeblichen Polizisten oder Detektiven, die von den Eltern engagiert wurden, alles Schauspieler und ständig wurde halt gesagt, wir haben neue News, es wurde was Neues gefunden und das ging so weit, dass im ganzen Jahr 99 bis rein in die 2000er, wo es dann auch nach Deutschland rüber geschwappt ist oder sowas, wirklich ich auch dachte, das ist real. Ich habe auch letztens, wo wir darüber gequatscht haben, dass wir die Filme besprechen, mit einer Freundin an der Isar drüber gequatscht, irgendwie von wegen den Film und so und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, hey, wo du den damals gesehen hast, weil ich habe den glaube ich nicht im Kino gesehen, da war ich zu klein, oder? 99 kam der raus, oder? Da war ich 13 oder so, keine Ahnung, deswegen habe ich den bestimmt nicht gesehen, aber kurz danach, irgendwann mal, wo er auf Video rauskam, habe ich den sofort geschaut, aber ich wusste das dann schon, dass das halt nicht echt war, so ungefähr. Also bei mir war es so, der kam im November in die Kinos und hatte seine Premiere im Januar in den USA und lief dann im Sommer in den USA und als der im Winter dann 1999 in die deutschen Kinos kam, ich war halt damals schon so ein kleiner, ich nenne es mal Film-Nerd, ich habe Zeitschriften gelesen, ich habe damals, soweit es ging, im Internet so ein bisschen geguckt und da war mir auch schon klar, okay, das ist halt ein Fake und aber genau das hat den Film für mich also richtig interessant gemacht, weil ich es unglaublich spannend fand zu gucken, wie diese Mechanik dahinter funktioniert hat und wenn man sich den Film anguckt, wie gut sie das machen, weil am Anfang passiert ja nichts wirklich Gruseliges, man sieht zum Beispiel, wie sie einkaufen geht, dann reden sie über Kartoffelpüree, dann interviewen sie diese Leute und das sorgt ja dafür, dass diese drei Studenten ja nicht wirken wie Filmfiguren, sondern halt wie wirkliche Menschen, was ja den Grusel noch erhöht. Haben diese Schauspieler eigentlich nochmal jemals Ja, die haben dann auch ein paar Sachen gemacht, aber meist solchen B-Movies und auch die beiden Regisseure haben danach nichts mehr Großartiges gemacht, waren natürlich als Produzenten oder was ich, Executive Producers irgendwie bei Blair Witch 2 und diesem Blair Witch hieß er nur. Oh Gott, den zweiten habe ich glaube ich noch gesehen, aber das ist glaube ich, das ist glaube ich, das ist ohne Scheiß, das kannst du glaube ich, wenn du einen Horrorfilm machst, dann kannst du genau Blair Witch 1, Blair Witch 2 anschauen und dann weißt du genau, was du machst, dass es funktioniert und was funktioniert. Man muss dazu auch sagen, dass der Regisseure Teil 2, dieser Joe Börlinger, auch letztlich nicht den Final Cut hatte, der ist auch selbst sehr unzufrieden. Das war wohl so eine Studieentscheidung, dass die halt gesagt haben, komm und jetzt mal ein bisschen die Blutsauce noch reinbringen, damit es auch noch was schmeckt. Also der zweite Teil ist furchtbar, den auf gar keinen Punkt. Alles, was danach gekommen ist, fand ich auch wirklich grottig und das ist auch schade, weil du gibst denen dann quasi das Zehnfache vom Budget irgendeinem fremden Typen, der auch diese Liebe nicht hatte zu diesem Projekt und da kann nichts bei rauskommen. Und ich glaube, da bist du dann auch, also es ist natürlich schade, dass sie danach gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben, außer so ein paar B-Movies. Es ist aber auch bei dem Film schwierig, weil das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es war halt so ein, der Stuart ist glaube ich mal das schön, ein One-Trick-Pony so ungefähr. Ja. Und da war das halt der über One-Trick-Pony so ungefähr und deswegen danach denkst du halt auch so, ja okay. Ich wusste wie gesagt damals schon, dass das nicht echt ist und so. Und ich fand den ohne Scheiß damals glaube ich auch nicht so, ich meine mit 14 willst du halt einfach nur Gewalt und Titel fucking gruseliges Splatter, genau. Da willst du Braindead sehen. Und ich glaube, ich konnte den jetzt viel mehr zu schätzen wissen als damals. Also bei mir ist es, wie genial der eigentlich ist. Ich habe ihn damals nicht im Kino geguckt, da habe ich ihn verpasst. Aber auf, ich glaube es war sogar DVD schon. Und ich finde ihn als Horrorfilm gut. Ich bin jetzt nicht ganz so, also es ist nicht mein Lieblingshorrorfilm. Der hat seine Qualitäten. Es ist für mich aber kein Horrorfilm, der durch mehrmaliges Sehen wächst. Beim ersten Mal habe ich wirklich geschaut, ob dieser Ebene, okay, ich möchte jetzt wissen, was hinter dem Hype steckt und auch so ein bisschen analysieren, nenne ich es mal, oder sieht es hier, wie haben sie das gemacht? Dass es ja wirklich Leute gab, die es geglaubt haben. Weil es ist ja die eine Sache zu behaupten, okay, das ist eine wahre Geschichte. Und es ist die andere Sache, so einen Film abzuliefern, dass wirklich Leute glauben, ja, okay, jetzt kaufen wir die ab. Wir sind wirklich der festen Überzeugung, das sind reale Filmaufnahmen. Und da gehört halt mehr dazu, als mit einer Wackelkammer durch den Wald zu laufen. Da gehört auch eben dazu, wie ich schon sagte, dass diese Figuren auch authentisch wirken, echt wirken. Und das machen sie voll gut. Und ich finde auch, deswegen abgesehen davon, dass du jetzt nicht mehr weißt, ob das real oder nicht ist, finde ich trotzdem, dass es trotzdem ein Musterbeispiel dafür ist, wie man gute Horrorfilme macht, vor allem in der heutigen Zeit, wie der Mo ja auch schon vorher gesagt hat, so ein Musterbeispiel von wegen, was du nicht zeigen solltest, was viel gruseliger ist, als was du alles zeigen solltest. Deswegen, ich weiß den Film jetzt viel mehr zu schätzen als damals. Und wie gesagt, die Zweitsichtung, die ich hatte, da war wirklich so, dass ich mich auf den Grusel eingelassen habe. Und der funktioniert auch. Das ist auch wieder so ein Film, du musst dich darauf einlassen. Auch wenn du weißt, okay, das ist halt alles Fake. Du musst dich darauf einlassen. Du musst einfach dieser, ich nenne es mal, Einladung der Filmemacher einfach folgen. Dir sagen, wir schicken dich jetzt hier auf eine, ich nenne es mal, Tour de Force. Jetzt nicht mit Blut und Knorpel, sondern wirklich, ich nenne es mal psychologischer Terror. Und dann wirst du da wirklich sehr gut bedient. Und wie gesagt, die letzte Szene, und das meine ich ernst, ist eine der ikonischsten und großartigsten letzten Szenen oder Bilder, die es jemals einem Horrorfilm gegeben hat. Und warum das ist, hat der Mo ja schon gerade eben perfekt erklärt. Ich liebe den auch. Ich könnte den auch an Dorn gucken. Also immer wieder mal. Und wenn jemand den tatsächlich nicht kennt, sage ich auch, den muss man geguckt haben. Denn fernab von allen Scarejumps ist das ja halt wirklich Psycho-Horror, der halt einfach, der trifft dich halt. Aber eine Frage hätte ich. Ich glaube ja, dass Blair Witch Project ein wenig Opfer seines Hypes geworden ist, weil viele, glaube ich, wirklich gedacht haben, okay, das ist jetzt der Hype-Horrorfilm. Das ist jetzt, wie du schon sagst, das ist jetzt so eine Jumpscare-Parade. So ein Film, der uns wirklich erschüttert. Und dann halt irgendwie diesen Film sehen, wo brechen wir es mal ganz rudimentär und ganz hardcore so zusammen, drei Leute durch den Wald gehen. Ja, aber das, ich glaube auch, dass du, das ist halt dann auch eine Geschmackfrage. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch in letzter Zeit viele Horrorfilme gesehen, die langweilen mich halt aber eher, weil ich halt das nicht mehr sehen kann, wenn aus dem Wandschrank da irgendwie so ein haariges Mädchen springt oder so. Und deswegen fand ich es bei dem Film halt, wie gesagt, ich habe den lang nicht gesehen und ich habe echt so die Hälfte geguckt. Hier bei mir im kleinen Kämmerlein, alles dunkel und so. Und dann musste ich mal irgendwie auf den Balkon oder aufs Klo, irgendwie im Dunkeln und so. Und das war gruseliger als, als, keine Ahnung, wo ich mir Luronas Fluch oder so Bullshit angeschaut habe oder so. Weil du dann halt echt die ganze Zeit diese komische Fresse in der Kamera hast. Und aber eben dieses, dieses Dunkel, dieses, dieses, dieses Kamerabild ist einfach so genial, dass du halt echt nur diesen Boden von dieser Nachtsichtkamera siehst und die ganze Zeit darauf wartest, dass da irgendwas steht. Und das ist ja genau so, wenn du nachts durch den Wald läufst und dann irgendwie den Film davor gesehen hast, denkst du die ganze Zeit, fuck, da steht gleich jemand oder so. Es ist ja, muss ja auch nicht mal die, die, die haarige Hexe sein, sondern irgendwie irgendein Typ. Die wissen ja auch die ganze Zeit nicht, ob das nicht eventuell irgendwie Hillbillies sind, die halt irgendwie, sie, kann, das fand ich auch beim Film voll strange, weil irgendwie, dann sagt ja einer noch so, ja, wahrscheinlich ist es ein Hinterwäldler, der ist vielleicht auch nicht freundlich oder so. Also ich weiß auch nicht, ob ich dann nachts, wenn da irgendwelche Geräusche sind oder so, den Typen dann mit der Kamera suchen würde. Keine Ahnung, vielleicht sind es ja nur irgendwelche krassen, keine Ahnung, Psychopathen, die im Wald hausen und auch keinen Bock haben, dass du da bei ihm ins Wohnzimmer steigst oder so. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Es wäre gruselig, es wäre genauso gruselig, wenn da auf einmal ein Typ steht oder eine Hexe, ist scheißegal. Aber dieses Bild, dieses Bild von Ästen und so ein bisschen Boden, wo du die ganze Zeit darauf wartest, dass da irgendwas steht, das ist so spannend. Ich finde, das ist ja, damals waren ja die Leute so ein bisschen hin und her gerissen, auch eben, genau wie du gesagt hast, vom Hype. Kritiker fanden den Film gleich gut und beim Publikum war es immer so ein 50-50-Ding. Weil die haben wahrscheinlich, sind viele da reingegangen und haben gedacht, jetzt kriege ich hier Geschnirzeltes, nonstop. Und das kriegen sie nicht. Was sie kriegen ist, den Paul von nebenan mit seinen zwei Kumpeln, die durch den Wald stapfen und sich verlaufen und mit einer Amateur-Kamera verwackeltes Bild, zum Teil sinnlose Dialoge, weil die fühlen ja zu nichts, sich da auf den Weg machen, irgendwas zu sehen. Und dann denkst du die ganze Zeit, was ist denn hier los? Wo bleiben denn die Scary Moments, die Jumpscares, das nächste Texas-Kettensägen-Massaker, weil da muss ja irgendwo, irgendwer läuft ja da rum. Aber das ist halt genau das, was nicht passiert. Aber es ist die ganze Zeit was Angst, da ist irgendwie Angst in der Luft wegen dieser kleinen Dinge, die da passieren. Und diese langen Intervalle, in denen gar nichts passiert, passen ja auch genauso rein, weil dann wiegst du dich ja auch in Sicherheit. Der ganze Tag ist vergangen, ja, die haben jetzt schlechte Laune, jetzt bauen sie ihr Zelt wieder auf, dann legen sie sich hin und dann auf einmal hörst du dieses Babygeschrei im Wald. Ich finde das so gruselig. Ich finde aber, obwohl viele Stellen sind, wo halt so, wie du es gesagt hast, so banale Dialoge passieren, mir ist jetzt aber trotzdem aufgefallen, ich bin in letzter Zeit immer so ein bisschen ungeduldig, was Filme angeht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber zum Beispiel Filme, die über zwei Stunden dauern, da denke ich immer, ich sitze den ganzen Tag dran. oder so. Aber jetzt bei dem Film fand ich das Pacing total zügig. Also ich meine, jetzt sind 78 Minuten. Eben, das ist sau kurz. Das ist schon schnell. Das ist sau kurz. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, also irgendwie, ich saß jetzt so da und obwohl ich den Film schon mal gesehen habe vor ein paar Jahren, vor zehn, fünfzehn, egal, trotzdem dachte ich mir so, boah, das geht alles ganz schön schnell. Also ich finde der Film, man könnte den auch so machen, dass sich noch, noch langsamer aufbaut. Ich finde, das ist wirklich ziemlich zügig. Also es geht schnell zum Ende. Also ich finde den nicht, ich finde den nicht kurzweilig, das muss ich sagen. Also für seinen Atem natürlich nicht. Ich fand das ziemlich kurzweilig. Also ich finde, ich finde nicht langatmig, aber ich finde auch nicht, dass der jetzt relativ so zack vorbei. Aber was ich interessanter finde, ich glaube, wir sollten mal den Max aus der Ecke holen, weil er hat doch gar nichts gesagt. Hallo. Ich bin's. Ja, was wollt ihr denn wissen? Naja, wie war dein Tag? Was hast du so gegessen? Ja, wie ist deine Käse-Sahnesauce geworden? Ich habe keine gemacht. Ich habe den damals tatsächlich zweimal im Kino hintereinander angeschaut. Also ich habe erst, wie ich eingangs schon meinte, den Trailer gesehen, dann war ich angefixt. Ich war auch eine der Personen, die nach dem ersten Trailer irgendwie dachte, hey krass, das ist ein Dokumentarfilm oder sowas, der wirklich mit Found Footage arbeitet. Und naja, bevor ich dann ins Kino gegangen bin, war mir dann schon klar, okay, das ist jetzt ein normaler Film. Erstsichtung fand ich super gruselig, Zweitsichtung war ich die ganze Zeit darauf aus, zu suchen, welche Kleinigkeiten in dem Film irgendwie versteckt werden, um mir zu sagen, was es denn jetzt wirklich ist. Spoiler-Warnung, ich habe es auch beim zweiten Mal nicht geschafft, mir ein eindeutiges Ergebnis irgendwie rauszufinden. Und dann habe ich ihn sicherlich im Laufe meines Lebens noch so drei, vier Mal immer wieder mal so zwischendurch geguckt. Mir geht es ein bisschen so wie Mo, dass ich so den Wald und die Dunkelheit so als eine sehr passende Urangst empfinde. Und da, wenn du mich, glaube ich, allein in dunklen Wald steckst und ich höre irgendwelche Geräusche, die ich nicht zuordnen kann, dann geht mir der Stift. Ansonsten, Marketing, ich finde das Marketing einfach genial. Ich finde auch, es hat keinen Film danach, hat es irgendwie geschafft. Weil der Film ja auch zur rechten Zeit kam. Ich meine, da gab es zwar Internet schon und es war schon, sage ich mal, populär, aber es war trotz allem noch, also hätte damals Angela Merkel gesagt, das Internet ist Neuland, dann hätte sie recht gehabt. Ja. Das kannst du heute nicht mehr bringen, weil heute, wenn du das versuchst, das dauert maximal drei Stunden, dann wissen alle Leute schon Bescheid, okay, ist fake. Ich bin mit so einem Unwissen halt dann auch irgendwie reingegangen. Ich meine, ich wusste sogar bei der Erstsichtung, dass der Film jetzt kein richtiges Found-Footage ist, aber so in mir drin, ich habe es mir immer gewünscht, dass es so wäre. Weißt du? Und der hat mir dann auch so ein Gefühl vermittelt. Der ist auch, finde ich, von diesen ganzen Found-Footage-Filmen, die dann danach gekommen sind, immer noch derjenige, bei dem das Found-Footage am ehesten, nach wirklich gefundenem Footage irgendwie aussieht. Der hat zur richtigen Zeit auch irgendwie aufgehört, der Film. Also, ich weiß nicht, es gibt zwei ikonische Bilder, die kriegst du halt als Film auch nur, das eine mit der Rotzfahne, wo du praktisch die eine Hälfte von ihr siehst, das ist ja genauso ikonisch. Und du hast halt dann dieses Bild am Ende, wo er in der Ecke steht, ist für mich tatsächlich wahrscheinlich vom Horror-Faktor definitiv mit in der Top 5 meiner All-Time-Horror-Favorites. Es ist auf jeden Fall auf Platz 1 der Found-Footage-Geschichten. Und was er halt echt saugut macht, ist, dass er wie für mich vernünftiger Horror funktionieren soll und vor allem, ich stehe auf Hexen und Wald und so irgendwelche unerklärliche Ereignisse, er zeigt halt nichts. Und das ist der große Vorteil. Und ich finde auch tatsächlich, man hat damals, haben sie den Schauspielern schon das Leben schwer gemacht. Also die Heather Donoghue wurde dann für eine Goldene Himbeere nominiert, weil die Leute es auch nicht geblickt haben. Das sind ganz normale, die hatten kaum Schauspielerfahrung, also nur in Studentengeschichten. und alles, was sie macht, das Schreien, das Nörgeln, natürlich geht die einem auf den Sack, aber jemand in dieser Situation wird genau so sein, weil du dafür nicht, dafür kannst du dich ja gar nicht vorbereiten. Und ihre Schreie sind ehrlich und in dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, wo sie die Taschenlampe quasi von unten an ihr Gesicht hält, wo sie sich eigentlich, die eigentlich ja nur entschuldigt, da siehst du ihr richtig an, die hat richtig Schiss und das tut ihr richtig leid, weil sie weiß an der Stelle, dass sie ihre beiden Freunde in den Tod getrieben hat und sich selbst wahrscheinlich auch. Ja, das fand ich eh ganz großartig, weil irgendwie wie dieses zwischen den Leuten halt dann so crumbled, weil anfangs denkst du ja, okay, die Tante hat halt keinen Plan vom Kartenlesen, aber dass dann später irgendwie rauskommt, okay, hier geht's gar nicht mit natürlichen Dingen zu, eventuell hat die Hexe da oder was auch immer, keine Ahnung, aber dass sie wirklich einen Plan hat und dass sie schon weise von sie redet, aber dass diese Typen, das ist ja auch schon fast schon wieder so ein, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Humanismus-Debatten aufmachen oder so, aber trotzdem finde ich das ganz spannend, wie sie halt immer runtergebuddert wird, weil sie immer sagt so, ja, ich weiß schon, wo es lang geht und sie dann an ihr zweifeln und sagen so, hey, du blöde Sau, du hast jetzt voll verplant und dieser Vertrauensverlust dann halt irgendwie so von wegen so, ja, du hast doch die Karte gehabt und so und vielleicht hatte sie ja wirklich Plan, aber es wurde halt, es wurde halt von dieser Hexe eventuell halt irgendwie durcheinander gebracht oder sonst was oder so, aber dass dann dieses Vertrauen zwischen denen so schwindet und dass sie dann gleich auf die losgehen, nur weil sie gesagt hat so von wegen, ja, ich weiß schon, wo wir lang gehen, aber dass es gar nicht ihre Schuld war, sondern dass es halt irgendwie wirklich dann nicht mit rechten Dingen zugeht und so, aber trotzdem die zwei Typen sich dann so gegen sie richten und sagen so, hey, du alte Tante, du kannst doch die Karte nicht richtig lesen und so und dann irgendwie dieser Konflikt zwischen den Leuten, das fand ich halt wirklich fast bei der Zweizichtung jetzt fast das Interessanteste beim Film, weil wie gesagt, ich wusste, wie es ausgeht, ich wusste, dass dann einer verschwindet und dann die Hexe und tötet wahrscheinlich alle und so, aber trotzdem dieser Konflikt zwischen den Leuten, den fand ich eigentlich bei der Zweizichtung fast am spannendsten. Ja, aber das ist ja genau das, was einen guten Horrorfilm irgendwie ausmacht, du musst ja immer irgendwie, keine Ahnung, Mechanismen entwickeln, die sich hochschaukeln. Genau, aber den fand ich so real, den fand ich so real, weil wenn du in den Wald gehst und einer macht die Karte und auch wenn er nicht schuld dran ist, aber trotzdem einer sagt, ich weiß, wo es lang geht und dann fünf Minuten später oder zwei Stunden später sagt er irgendwie so, hey, Leute, irgendwie stimmt hier irgendwas nicht, dass die dann, wenn es wirklich ernst wird, natürlich auf den Typen oder auf die Frau losgehen, die gesagt hat, sie hat einen Plan und dann heißt es auf einmal, wir wissen nicht mehr, wo wir sind und so, aber wie sie sich gegenseitig dann so anschuldigen und so, das fand ich echt total. Ja, es ist eine ganz normale Dynamik, finde ich. Eben auch dadurch, dass es halt keine bekannten Schauspieler sind oder sonst irgendwelche Dudes halt einfach. Ich fand das, das haben sie saugut gemacht. Bei Horror, ich finde, bei Horror und bei Comedy sind genau, ist es genau das, was gut von schlecht unterscheidet, ist, dass du Dynamiken vorhersehen kannst. Ich finde, bei Horror ist es ganz wichtig, dass du Schauspieler hast, die man nicht aus anderen Filmen kennt. Also bei so einer Art von Horror, dass du nicht denkst so, das ist doch der Typ aus, Flucht der Karibik. Keine Ahnung. Also das finde ich halt großartig bei Filmen, bei Found-Virtus-Filmen eh. Also wenn da jetzt, keine Ahnung, Christian Bale mit Johnny Depp und Angelina Jolie durch den Wald laufen würden, dann wäre es halt natürlich nicht so spannend. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal, ich bin still, wir sind eh schon über der Zeit, ich bin still. Ja, du musst schneiden. Deswegen kommen wir jetzt zum Fazit. Na, dann mache ich mal hier den ersten, oder? Hau raus. Ich, das Problem ist, ich weiß nicht so wirklich, was ich geben würde, aber ich habe es ja schon angekündigt, also da es in meinen Top 5 der Horrorfilme ist und ich Horrorfilme per se als Genre in meinen Top 3 packen würde, wird es wahrscheinlich auf 4,5 rauslaufen. Und es tut es auch. Ich gebe ab. Bam. Padam. Ja, ich mache mal gleich weiter, das soll ja sicher nicht so lange hinziehen. Ich habe schon gesagt, ich finde den super. Für das, was er macht, also das, was er macht, macht er am besten von den ganzen Filmen. Für mich ist das eine 5 von 5. Padam. Ist du, Bert, bist du doch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich habe euch aufmerksam gelauscht. Ich gebe ihm 3,5 von 5. Ich finde ihn gut. Es ist halt nicht so der Horror, der mich jetzt überwiegend anspricht. mir fehlt da glaube ich schon so ein bisschen etwas, womit ich so richtig connecten kann. Ich habe diese Urangst vor dem dunklen Wald glaube ich einfach nicht. Stadtkind. Aber es ist ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Definitiv. Er hat seinen Klassiker oder Kultfilmstatus zu Recht. Ich war gerade irritiert, dass er irgendwie nominiert war für Goldene Himbeeren. Ich bin mal dafür, so einen Sondercast zu machen, wo die Goldene Himbeeren mal klein stopfen, weil ich finde die einfach nur scheiße. Aber ja, 3,5 guter Film. Ja, ich gebe ab an die Sendentrale. Ja, eben, das mit der Goldene Himbeere ist ein guter Punkt, weil ich finde, dass diese Schauspieler das so gut gemacht haben. Also denen, das wirkt genauso, wie es sein soll. Also die sind halt wirklich. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, die haben nicht geschauspielert. Genau, also was der Mo vorher erzählt hat, ich kenne jetzt keine Behind-the-Scenes, was der Regisseur mit ihnen angestellt hat, irgendwie in Richtung Shining oder so, dass er die Leute getriezt hat oder ihnen das Essen entzogen hat oder sonst was. Keine Ahnung was. Aber, das war perfekt für diesen Film. Ohne Scheiß, die Schauspieler können von mir ausgern einen Oscar haben, nicht eine Goldene Himbeere. Aber den spielt nur noch einer. Also nur noch dieser Joshua Granville-Lennand spielt der Schauspieler tatsächlich noch. Der war erst vor kurzem bei Steven Soderbergs Unsane nochmal zu sehen. War das der Josh oder was? Genau. Der Michael C. Williams macht gar nichts und Heather Donahue ganz interessant, die züchtet legales Marihuana für medizinische Einrichtungen. Dann kriegt die Heather, ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen glaube ich, und der Michael habe ich auch den Nachnamen vergessen, kriegen einen Ehrenhorst von uns. Stell dir gerade vor, wie Heather Donahue total bekippt durch den Wald und sich gerade darüber freut, dass wir den Ehrenhorst verliehen haben. Ich schicke dir das. Dear Heather, we have now overwrite you the golden Horst. Please send us a message per commentary. Yes, you did good and it was a great film. Thank you. consider that Taylor Horst is a trademark of the Horst Incorporation. Jungs, es ist acht Minuten vor Mitternacht, gleich kommen die Geister und das kann ich in euch schon hören. Wir müssen es auf jeden Fall noch bis zwölf machen. Ich werde mein Fazit ein bisschen herauszügern. Du musst ja jetzt auch nur einen Film raussuchen. Es gibt eine Punktzahl. Nein, aber ohne Scheiß. Also wirklich gesagt, ich fand den Film sehr großartig. Ich finde auch, dass er nicht, also ich musste, ich habe mir gestern ein bisschen eingeschissen, wo ich mal aufs Klo oder auf den Balkon gehen musste, einen zu rauchen. Also beim Klo zu scheißen, finde ich gut. Ich habe mir auf dem Klo eingeschissen, genau, auf dem Balkon, dachte ich auch, da steht jemand und so. Also der Film ist einfach ikonisch und großartig. Also das ist einer der besten Horrorfilme für diese wenigen Möglichkeiten. Ohne Scheiß. Ich habe das gleiche Problem wie das du, dass ich keine Angst vor Wäldern habe, weil ich komme halt aus dem Wald. Das kannst du ehrlich, dir kaufe ich so ab. Wir kennen ihn gerade auch halt so Rübezahl. Herr der Welt. Ja, ja. Also Pentenried ist halt wirklich im Wald und ich muss halt jedes Mal, also damals zumindest, wenn ich nach Hause wollte, musste ich immer durch den Wald. Deswegen, also ohne Scheiß, wenn es dunkel ist und es da irgendwie Geräusche macht, dann fahre ich ja nach Hause. Deswegen konnte ich diese Das hätten die auch gerne gemacht. Das hätten die auch gerne gemacht. Also die waren mir schon ein bisschen zu panisch. Nein, ich meine, egal, das war nur Side Note. Guter Film, guter Film. Ich gebe ihm trotzdem nur, sagen wir mal, vier, weil er verliert natürlich schon an Faszination, wenn man ihn schon kennt. Aber großartig. Also Marketing und Umsetzung des Films ist grandios. Vier von fünf Hexenhäuschen. Ja. Oh Mann. Knusper, knusper, knäuschen. Was hat der Andi für ein neues Thema ausgesucht? Das ist ein moderner Klassiker. Danach kamen wenige Horrorfilme. Egal. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Könnt ihr mir irgendeinen Horrorfilm sagen, der sich so einbrennt? Ich fand ja den, wie gesagt, den ersten Paranormal Activity fand ich auch ziemlich geil. Also ich kenne ein paar Horrorfilme, die sich jetzt für mich persönlich bei mir in die Synapsen und in den Sehnerv eingebrannt haben. Definitiv. Und Blair Witch gehört jetzt nicht dazu. Was jetzt, wie gesagt, persönliches Gusto und so. Ja, Paranormal Activity zum Beispiel bei mir auch gar nicht. Aber ich weiß, ne, das hat... Also ich fand Wreck von den Found-Footage-Filmen ist noch so einer, den ich... Der spanische, also der spanische Original. In diesem Haus, ja. Ja, aber jetzt so vom... Keine Ahnung. Oder willst du jetzt eine Empfehlung für einen Wald- und Hexenfilm? Egal. Also ich... Ja, ähm... Hier der von Otto, der mit den Zwergen. Ach so, ja, sieben Männer allein im Haus. Den fand ich auch schlimm. Ja, ohne Scheiß Horror. Es wird dieses Genre, wo ich echt am meisten Probleme hab mittlerweile, weil ich will immer gute Horrorfilme sehen. Es ist halt da auch immer schwierig. Zum Beispiel gestern hab ich mir den alleine hier zehn Uhr nachts bei Gewitter und so. Dann fährt er natürlich mehr rein. Filme, die du dann irgendwie zu dritt schaust, dann zieht der auch nicht so rein. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nein. Ja, das ist voll. Nein, welchen Film meinst du? Ich hab da schon mal gesagt, Filme, die man zu dritt schaut, der zieht nicht so rein. Welchen Film meinst du? Nein, es gibt halt Filme, die du alleine schaust, die dann scheißgruselig sind, aber Filme, die du halt dann, wenn du zu zweit oder zu drittem Film schaust, dann verlieren die an Wirkung. Weißt du, was ich meine? Es kommt halt immer darauf an. Also ich finde, im Kino kann man schon mit einer Gruppe von Leuten noch auf ihn gucken, aber zu Hause ist es schon was anderes, weil... Eben, genau. Genau, genau. Ich hab zum Beispiel auch irgendwie The Grudge oder so oder The Ring, da haben wir so ein Triple-Feature gemacht im Jutz mit 20 Leuten und dann halten halt alle nicht die Klappe und dann machen sich alle drüber lustig über irgendeine Quaschszene. Ich meine, du kannst dann auch bei Blair Witch Project, wenn dann jemand die ganze Zeit schreit so, stell dich nicht so an oder so, das macht die Stimmung halt kaputt. Das ist was anderes. Aber so alleine... Weißt du, was auch Horror ist, wenn ein Skype-Gespräch nicht enden will, was jetzt seit sechs Stunden läuft und du die Leute wirklich gern hast, aber mittlerweile merkst, wie sich so eine gewisse Müdigkeit dich umgibt und auch so ein gewisser Blasendruck und der eine, der das endlich beenden könnte, einfach nicht das tut, was er tun soll, nämlich endlich das neue Thema aussuchen. Kennst du das, Andy? Kennst du das? Ich kenn das nicht, aber kennt ihr das? Auf dem Balkon? Ich hab keinen Balkon. Ich will hier noch ganz kurz zum Schluss einfach mal sagen, an die, die keine Angst haben im Wald, ich schlag mal Folgendes vor, wir planen das mal, dass ihr zu mir kommt, ihr könnt da ins Gästehaus gehen. Wo kommst du da her? Lüneburger Heide. Hier ist also Wald, Felder und abends sehr seltsame Geräusche sind hier inklusive, aber wir gehen ja zelten und gucken dann im Wald Blair Witch und dann gucken wir mal, was wir da für die Nacht verbringen. Also da kann ich dir gleich schon sagen, das wird mir nicht funktionieren. Ich hab ein Jahr lang, hab ich so Nachtwanderungen mit Schulklassen gemacht, nachts solchen Wald, da hab ich alles erlebt. Da bin ich auch schon mit Lehrern irgendwie um halb drei losgewandert, weil irgendwelche Schüler sich verlaufen haben im Wald und solche Sachen. Da bin ich wirklich, nee, sorry, da bin ich abgehört. Weißt du, was echter Horror ist? Mit einer achten Klasse, Hauptschule Wuppertal, nachts solchen Wald zu wandern. Das ist echter Horror. Das glaube ich und das lassen wir so stehen. So, jetzt dritter Versuch. Andi, was hast du denn in deinem Hexenofen und bietet uns an das nächste Mal? Ich hab wirklich, ich hab wirklich schon wieder vergessen. Könnt ihr mir kurz erklären, was jetzt passiert? Ich muss anscheinend das Thema für die nächste Folge aus. Wir suchen am Ende jeder Folge einer nacheinander, diesmal ist Andi dran, das Thema für die nächste Folge aus. Und wir haben da eine jetzt 354 Themen umfassende Liste, aus der sich da Andi jetzt ein Thema aussucht. Ich habe gerade eben noch ein neues Thema hinzugefügt. Okay, wunderbar. Ich hab's gerade gesehen. Es sind nämlich jetzt 355 auf einmal. Movies mit Max Muffelmax. Naja, geil. Nein, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weil dieses Thema ist ja neu und es geht auch in, nee, es geht nicht in die Richtung. Egal. Ich nehme, weil ich gestern auf dem Heimweg mal wieder Metallica gehört habe und ich mich sehr gefreut habe, nämlich Master of Puppets. Filme mit Puppen. Meinst du jetzt so Puppen wie die Muppets? Dann lass das doch offen. Meinst du sowas wie Hallo Puppe? Na, klar, Schatz. Also ich meine Puppen wie Puppen. Hallo Spencer. Wir sind ja ein unsexistischer Podcast. Das haben wir heute in den drei Stunden echt bewiesen, oder? Ah, wir haben das vorher schon bewiesen. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe nur Tom Hardy's Pimmel bewundert und sonst nix. Kann man schon mal bewundern. Ich fühle mich gerade so ein bisschen schuldig, weil ich eben Mo gesagt habe, ja, mach dir keine Sorgen, das wird maximal zweieinhalb Stunden gehen. Maximal. Ja, gut. Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe mich vorhin von Paula verabschiedet, habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme. Ja, ohne Scheiß ist es halt mit Abstand der längste Horst und ich habe überhaupt keine Lust, die Scheiße zu schneiden. So. Ja, weißt du, was ich sehen will? Ich will deine Waveform sehen. Warum willst du die sehen? Ja, weil ich ganz genau weiß, wie deine Waveform aussieht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Blau? Das hat ja auch schon wieder so was Andrühchiges. Ich will deine Waveform. Ja, irgendwie schon. Also, wir können jetzt ganz, ist egal, ist egal. Meine Waveform ist, wie der Sue schon gesagt hat, ziemlich blau-grau. Okay, es ist 0 Uhr. Mo? Ja? Du hast jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ob du irgendwann mal wieder kommen willst oder ob du es irgendjemandem empfiehlt hast zu sein. Ich habe hier, ungelogen, ich habe hier schon fünf Filme mit Puppen aufgeschrieben. Okay, gut. Warte kurz, bevor wir einen davon nehmen, aber nennen sie einfach mal, weil du bist das nächste Mal eh nicht dabei. Nee, nee, nee. Nichts damals. Das nächste Mal bist du nicht dabei. Also, das nächste Mal laden wir dich aus. Du warst ein schöner Gast, ein guter Gast, ein attraktiver Gast, superklasse. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, du bist das nächste Mal nicht dabei. Vielleicht bist du dabei. Aber egal. Trotzdem würde ich jetzt gerne hören, was du aufgeschrieben hast. Nee, so ja schon mal gar nicht. Ich verpöre doch jetzt hier nicht meine Granate. Ich habe meinen Film schon. Ihr wollt doch eh telefonieren. Ihr wollt doch eh telefonieren. Aber wir wollen ja auch, dass unsere Kommentare, also unsere lieben Zuhörer sollen ja auch Filme mit Puppen in die Kommentare schreiben. Auch wenn hier keiner mehr zuhört, da wird nichts kommen. Deswegen, Mo, verstoßen. Ich habe meinen Film schon. Ich noch nicht. Was hast du denn? Also ich hätte einen, wo ich mit Liebäugle, aber ich weiß sehr sicher, glaube ich, dass den der Pawelicki schon hat. Das ist ja schon ein bisschen... Ich glaube, meiner gilt nicht als Puppenfilm. Das ist das Problem. Aber das können wir dann ausdiskutieren. Das haben wir noch nie gemacht. Wir müssen jetzt unbedingt zum Ende kommen, sonst stuhle ich hier auf den Stuhl. Also, pass auf. Ich sage tschüss, vielen Dank. Auch vielen Dank an dich, Mo. Und übergebe dann an Andi, dann an Max. Und weil der Mo unser Gast ist, bekommt der Mo auch das letzte Wort. So, ja. Ich sage auch einfach mal tschüss und überlasse dem Mo das letzte Wort. Ja, danke, dass du mich überspringst. Und ich überspringe jetzt. Ich spring jetzt dann weg. Bye, bye. Gut, Jungs. Es war mir ein inneres Rodeo. Hat Spaß gemacht. Ich bin gerne mal wieder dabei. Und wenn nicht, dann werde ich das hier in meiner Ahntafel schreiben als ein unvergessliches Erlebnis. Macht's gut. Und das war doch ein schönes Schlusswort.